Was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Besuchsszeit. Ich sitze heute hier. Das erste Mal darf ich nicht genau sagen, wo wir sitzen, weil wir haben eine Besonderheit, nämlich mein Gegenüber, Sisi. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist auf Flucht gerade und ja, die erste Person, die wirklich gerade aktuell auf Flucht ist hier in diesem Format. Deswegen bin ich mal gespannt, wohin uns die Reise führt. Und auf jeden Fall danke, dass du dir auch trotz den Umständen die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Der ein oder andere kennt dich. Bestimmt schon. Du bist Rapper, du machst Musik. Und ja, der ein oder andere weiß doch schon ein bisschen was von deiner Geschichte. Du bist 2020 das erste Mal in Haft gekommen, auch nach einer Flucht. Dreieinhalb Jahre hast du so knapp, glaube ich, bekommen ein bisschen mehr als zwei abgesessen, bist dann 22 rausgekommen. In der Zeit in Haft ist ein Song von dir, der Mama einmal Kriminal, durch die Decke gegangen, hat mittlerweile 14 Millionen Streams und so weiter. Und wurde es dann 22 entlassen. Wir haben ja jetzt an einem Vorhinein geredet. Ich weiß, es hat nicht lange gebraucht, bis du dann wieder auf Haftbefehl warst. Ja, Bruder. Deswegen zum Einstieg meine Frage. Was genau, wenn du in Haft bist und du kriegst mit, dass dein Song durch die Decke geht, dann denk ich mir, dass du so denkst, okay, ich komm raus und ich mach Musik, ich scheiß auf alles andere. Mein Ziel war schon nur Mucke machen, Bruder. Ich hab alles drauf gesetzt. Ich hatte meine ganzen Pläne danach so strukturiert und hatte halt so einen Rückhalt draußen. Ich hab ein bisschen Rücklagen gehabt, hätte mir darauf gut was aufbauen können. Ist ja Geld reingekommen, so mit der Mucke, aber ich hätte das anmelden müssen, Bruder. Und in Haft war das ja nicht möglich, Bruder. Ich kann kein Gewerbe aus Haft rausgründen und so. Und Vollmachten ist das auch schwierig gewesen. Deswegen war mein Plan so, ich komm raus. Ich hab meinen Puffer so auf Seite, ich komm raus. Ich leb davon so die ersten Tage gemeldet, mein Gewerbe an, Bruder. Und pass, Bruder, dann zeig ich mich von Mucke aus, dann wird alles laufen, oder? Dann komm ich raus, so alles war geplant. Ich bin entlassen worden und wollte am ersten Tag halt mein Geld so mäßig abholen, damit ich so die ersten Tage überleben kann. Das war bei einer sehr engen verwandten Person. Aber ganz kurz, du bist Mitte 22 raus, Juli 22? Ich bin im Juli 2022 entlassen, am 8. Juli. Und du wolltest deine Spotify-Kohle abholen, oder was? Nee, ich hatte so Rücklagen von alten Sachen halt einfach so auf Seite. Okay. So auf den. Und wollte das abholen, Bruder. Ja. Um halt eben die Zeit zu überbrücken, bis ich mich da von dem Spotify-Shit auszahlen lasse. Weißt du? Bin dann raus, wollte das Geld abholen, Bruder. Und dann hieß es so eine auf den, nee, gibts nicht, ist weg. So. Und ich steh dran, Bruder. Erster Tag aus Habs. Ich hatte so Ü-Geld mäßig, weiß, aber auch schon ein bisschen ausgegeben, Bruder. Bist du ja unterwegs, kommst raus, Bruder. Ähm. Ja, dann, ich hatte kaum Geld auf Tasche, Bruder. Und ich hab im Knast ein Connection gemacht, Bruder. Ein sehr guter Junge, mit dem ich auch in einer Zelle war. Und hab den angerufen und hab gesagt, Bruder, du musst mir helfen, so. Ich bin gefickt, ich bin am Arsch, Bruder. Ich bin heute entlassen worden, Bruder. Ich muss Panama. Am ersten Tag. Am ersten Tag. Weil ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Ich hab diese Struktur, was andere Leute haben, so mit arbeiten gehen. Jetzt erstmal Arbeit suchen, die Stars oder hier Freunde Geld leihen und so. Das funktioniert nicht, Bruder. Ich bin so nicht aufgewachsen und hab meine Jugend nicht so verbracht, Bruder. Und immer als selber irgendwie vorankommen, ohne jemand zur Last zu fallen. Und das war jetzt so die beste Möglichkeit im ersten Moment, so. Das heißt, du hast ihn dann angerufen? Ich hab ihn angerufen und hab gesagt, Bruder, ich bin gefickt, du musst mir helfen. Und so. Und doch, was für Hilfe hast du gehofft? Ja, eine Laudung Schäme, Bruder. Wir haben im Knast schon drüber gesprochen, so. Und auf den, dass du nicht rauskommst, dass wir auf jeden Fall arbeiten können. Wir haben ja gute Preise gehabt und gute Leute hinter sich, so. Und ich dachte mir, okay, gut, wenn ich mit jemandem arbeite, dann so mit dem. Und da hab ich den angerufen. Sofort, Bruder. Also, ab dem ersten Tag hab ich direkt geschickt, Bruder. Und dann ging's direkt los, so. Ich hab halt alte Kunden, Bruder, die ich von früher noch hatte, so. Von meinen Kollegen. Die Jungs haben mir ein paar Leute vermittelt, die das. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, Digga, ich muss jetzt irgendwie unswitchen, weil dieses auf die Straße verkaufen und so ist zu risky, so. Ich meine, okay, die Leute kennen mich teilweise. Und ich muss irgendwie aufpassen und das halt so, irgendwie voneinander trennen können, so. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich mach nen Plug Account, Bruder. Das war damals noch gar nicht so, wie es jetzt ist, Bruder. Ich komm aus Habs jetzt raus, Bruder. Ich seh, jeder zweite Schwanz hat nen Plug Account, Bruder. Jeder ist Plug, Bruder. So, vor ein paar Jahren wusste ich nicht mehr, was das ist, Bruder. Die meisten Leute halt kannten vor zwei, drei Jahren nicht mal Kelly, weißt du, Michael? Und ich hab dann den Account aufgemacht, Bruder. Lass mal Stück für Stück. Du bist entschlossen, du hast überzähl mich und Streams auf einen Song. Eigentlich könntest du so Mucke machen, ist auch eigentlich der Plan. Aber du musst dich, bis du hier Gewerbe und so weiter anmeldest, musst du dich über Wasser halten. Genau. Hast du parallel dazu Musik weitergemacht? Also auch das, was du gesagt hast, mit Gewerbeanmelden und so weiter? Bruder, ich bin aus Knast gekommen und eben diese ganze Sache, hab meine ganze Moral gefickt. Ich sagte, wie es ist, Bruder. Ich hatte voll die krassen Pläne. Ich hab gedacht, ich werde jetzt Superstar, wenn ich rauskomme, Bruder. Aber dann bin ich wieder auf der Straße, Bruder, muss pushen. So, mein Kopf war dick gefickt. Knast nicht, verarbeite gar nichts, Bruder. Und ich sagte ehrlich, so die ersten paar Tage, ich bin raus, ich hab schon Mucke gemacht, Bruder. Aber halt nicht mit dem Impact, so den ich... Ich hab mehr Energie in die anderen Sachen halt reingesteckt, als in die Musik. Zwar immer so, alles war so, der Fokus war komplett auf Mucke machen und nur das durchziehen, aber es ging halt nicht so Hand in Hand miteinander, Bruder. Und natürlich hab ich mich dann auch nicht darum gekümmert, mich unbedingt die ganze Zeit auszahlen zu lassen und hab halt geschaut, dass halt von links rechts die ganze Zeit Geld reinkommt. Und dann hat man irgendwann auf das Musikgeld geschissen, Bruder, weil... man macht halt anderweitig mehr Geld und dann... Was heißt aufgeschissen? Du hast es halt auf dem Konto gelassen? Es lag halt auf dem Konto, Bruder. Okay, dann hast du jetzt grad schon gesagt, du hast dir dann den Plug aufgebaut. Mhm. Erzähl mal davon, wie hast du gestartet? Ja, Bruder, ich hab auf Instagram meinen Account gestartet, Bruder. Damals war das so, Telegram ist ja heute so... Ist ja wieder verbrannt jetzt, aber eine Zeitlang war ja Telegram, hieß es so, nee, gar nicht. Ist gar nicht gut oder so. Das war so die Wicca-Zeit, jeder hat Wicca mir genutzt und so. Und ich hab dann meinen Instagram-Account eben eröffnet. Der Plug deines Vertrauens, so kann ich an dieser Stelle sagen auf jeden Fall. Ist inzwischen geschlossen so. Also schreib nicht mehr, oder? Schreib nicht mehr. Gibt's kein Kelly mehr. Und ja, ich hab den Account eröffnet, Bruder. Und hab halt so die Kommunikationswege über Wicca mir und Trima gesucht. Also dass die Leute mir dort halt hauptsächlich schreiben. Hab halt Promo gemacht auf Insta und... Über deine Insta-Seite? Nee, ich hab meinen Account eben aufgebucht, Bruder, den Plug deines Vertrauens. Und hab mit meinem Rapper-Account, mit dem Sisi-Offizie-Account, Bruder, hab ich quasi den Plug-Account gepusht. Ich hab die ganze Zeit geschrieben, hey, hier, Baba-Material von meinem Schabab. Ich hab ein Video gepusht, hab gesagt, hey, hier, Baba-Mati, die Daten. Und hab Inhalt verlinkt, also den Account verlinkt. Und da sind die Leute auf den Account gegangen? Und haben dann über... Sind von Insta auf Wicca oder... Genauso. ...so weitergerechnet worden? Genau. Okay. Dann gab's aber die Situation, ich hab ja deine Akten auch gelesen, dass irgendwann mal, was ja auch eigentlich logisch ist, dass sowas passiert, dass irgendwann mal ein Bulle, verdeckter Ermittler, einfach auch mal diese Wege geht. Sprich, diese Instagram-Seite findet, dann weitergeleitet wird auf Wicca und dann schreibt. Mhm. So ist das ja auch bei dir passiert. Genau. Kannst du mal erzählen, wie das zustande kam und was da... Also, warum das dann genau dich erwischt hat? Weil, ja. Die haben... Also, ich hab am 26. Oktober 2022... Das war kurz nachdem ich entlassen worden bin. Also, keine Ahnung, zwei Monate später. Mhm. Wurde bei der Polizei, also beim Landeskriminalamt, eine Gameback-Aussage gegen mich gemacht, oder? Da hat jemand gegen mich ausgesagt, eine Frau Person, eine anonyme Person aus den engeren Kreisen und so. Ich weiß bis heute nicht, wer eine Person das war. Ich will es auch Gott sei Dank. Also, ich will es auch nicht wissen, Bruder, weil... Ich will nicht zu irgendwas... Nein, ich will nicht zu irgendwas gezwungen sein. Aber vielleicht ist die Person immer noch in deinen Kreis. Ja, Bruder. Aber was, wenn ich das weiß, was passiert ist? Vielleicht ist sie gerade hier. Schatz. Was passiert dann, Bruder, wenn man weiß, wer das ist und so? Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich will weg davon, Bruder. Okay. Weißt du, was ich meine? Das interessiert mich nicht. Ich will weg von diesem ganzen Scheiß, Bruder. Das hat jahrelang meinen Kopf gefickt. Ich bin so lange in diesem ganzen Game irgendwie aktiv, Bruder. Ich hab gar keinen Bock mehr drauf. Ich will da weg, Bruder. Und wenn ich mich damit beschäftige, wer könnte das sein, Bruder? Dann geht das wieder so einen Weg, auf den ich keinen Bock mehr habe. Absolut. Verstehe. Ist auch vernünftig. Auf jeden Fall wurde die Aussage gemacht, Bruder. Und der Kollege, Bruder, der mich belastet hat, hat gesagt, ja, ich kenne da so einen Sisi. Der betreibt schwunghaften Handel mit Corona und Marihuana in nicht geringer Menge und bewirbt über seinen Instagram-Account als Rapper eben seinen Plug-Account. Wow, okay. Also so detailliert. Genau, eine. Der hat also gesagt, das ist deine Seite. Genau, ja. Und der wusste das dann auch. Ja. Also er muss ja irgendwie dann... Genau. Einer gewesen. Einer gewesen. Okay, krass. So. Und dann hat es halt da das ganze Ding, die Aussage hat halt dazu geführt, Bruder, dass die halt angefangen haben, TKFs zu machen. Die haben uns erst abgehört. Mhm. Also mein ganzer Kreis, Bruder, das ging jetzt weit über Augsburg. Also ich komme aus Augsburg, Bruder, das ging weit darüber hinaus. Also bei meinem Management, Bruder, in Köln, in Berlin und so, alle wurden abgehört, Bruder. Die ganzen Jungs wurden damit involviert. Der Fall war schon größer. Also das war nicht so, dass es nur im Raum Augsburg war, sondern die haben ja viel mehr erwartet und viel mehr gedacht. Das ist ja drüben in NRW bei den Jungs viel passiert und so. Und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen und so. Und die hatten das auf dem Schirm, Bruder. Und deswegen haben die ewig viele Leute, Bruder, observiert, haben TKÜs gemacht ohne Ende, Bruder. Und, ähm, nachdem die mich halt angefangen haben zu observieren, haben die darauf gehofft, eben mir einen Scheinkäufer zu schicken. Du hast es ja schon angedeutet, die haben dann über Instagram, haben die mir jemanden geschickt, Bruder, einen verdeckten Ermittler, ein Nöp, heißt es im Polizeifachjargon, haben sie mir geschickt, Bruder, als Nöp ausgesprochen, nicht offen ermittelnder Polizei, nicht offen ermittelnder Polizeibeamter, genau. Kein Nöp. Ähm, ein Nöp, kannte ich auch nicht, Bruder, habe ich dann kennengelernt, verdeckter Ermittler, Bayerisches Landeskriminalamt München, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau, die haben mir den geschickt, Bruder, er schreibt mir, hey, yo, was geht, ich brauche einen Tester, Bruder, ich habe Bock, ich sehe, du verkaufst, ich will was kaufen und so. Ich sage, ja, okay. Über? Über Instagram erst mal. Auf die Plug-Seite. Auf die Plug-Seite, genau, er hat mich da angeschrieben. Genau. So, ich bin zu der Zeit, Bruder, ich habe dann auf Instagram ganz normal geantwortet, ich habe gesagt, hey, yo, können wir machen? Wie viel? Er sagt, ja, fünf Gramm und so. Ich sage, ja, okay, tamam. Über Insta? Über Instagram. Aber wir sind, du hast extra, ja, Wicca, Micca und so, wieso? Das Ding ist, so, bei fünf Gramm, ich sage dir ehrlich, Wallah, das ist scheißegal, also wirklich, wenn die dich knallen, Bruder, mit fünf Dinger in Tasche und so. Wir sind zwar in Bayern gewesen, so zu dem Zeitpunkt, aber auch da ist unrealistisch, dass du dafür jetzt flöten gehst, so im Normalfall, so. Okay. Wenn du jetzt nicht gerade Maschkal machst, wenn die das bei dir finden, Bruder, und du dir jetzt nicht gerade ficken gehst, so, keine Ahnung, was weiß ich, was ich meine, dann kriegst du dafür keine Strafe und da passiert dir auch nichts. Und aus dem Grunde habe ich mir gedacht, Bruder, so einen Tester kann man schon machen, schreibe ich ihn bei Instagram, passt. Und ich hatte ja Asker, also ich hatte Läufer zu der Zeit, Bruder, die eigentlich meine Sachen gemacht haben. Also wenn ich einen Kunden hatte, Bruder, habe ich einen Kollegen XY hingeschickt, habe gesagt, Bruder, ihr Material, da hinbringen das denn. Also so Meetups waren und so eine Sache. Heutzutage nennen es ja, alle sagen ja Youngins und so und, du weißt schon, aber früher halt Läufer, ganz einfach. Oder an dem Tag, ich hatte keinen, ich hatte keinen Menschen da, Bruder, der das irgendwie machen hätte können. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, mach es selber, Bruder. Vielleicht, der will auf Groß nehmen, einmal kann man schon Risiko eingehen. Ich laufe mit meiner damaligen Freundin, also Ex-Freundin, Bruder, ich laufe mit meinem Hund und so. Ich gebe den Hund, ich laufe die Straße weiter, ich schaue ein bisschen in die Date und dann sehe ich einen, so einen Mercedes, Bruder. Und der hat mir geschrieben, ich warte an einem schwarzen Mercedes. Ich denke mir, okay, ich schaue so, Bruder, Kennzeichen, ich sehe Düsseldorfer, Kennzeichen. Anson Augsburg, weißt du? Ich denke mir, so irgendwas komisch, Bruder, da stimmt irgendwas nicht, weil, keine Ahnung, hat bei uns einfach nichts zu suchen. Und wenn ein Mischstärki kommt, Bruder, der aus Düsseldorf kommt, warum soll der bei uns im Süden nackt kaufen gehen? Er gibt gar keinen Sinn. Er gibt gar keinen Sinn, hier sind die Preise ja ganz anders als bei uns. Genau, ich begrüße ihn so, die Stars, ich sehe ihn am Fenster, er sagt, komm, steig ein. Er hat mich eingestiegen, im Nachhinein weiß ich mittlerweile, das Auto war verwandt, also das wurde auch aufgezeichnet, was da gesprochen worden ist. Ich steige ein, Bruder, ich rede mit dem, ich sage, hey, hier die Date, ich gebe ihm seinen Schem, ich frage ihn so, was er vorhat zu kaufen, er sagt, ja, halbes Kilo, dies, das. Ich sage, ja, okay, können wir machen, aber dann hier, bla, 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 ich sage zu ihm, hey, zieh, so probier das, genau so war das, genau, ich sage zu ihm, zieh, probier das. Er sagt so, nein, ich sage, wie, nein, zieh doch. Ich sage, nein, ich muss nach Düsseldorf zurückfahren und so. Ich sage, okay, da. Ich sage, du Pietsch, Digga, denke ich mir, du kleiner Pietsch, Digga, wirst du mich fingen, Alter, safe, Bulle, unter, Bruder. Ich steige aus, Bruder, ich verabschiebe mich und so und direkt, Bruder, so kalter Schauer über meinen Körper, ich denke mir, okay, fuck, ich muss jetzt aufpassen, ich lösche alles, Bruder, ich lösche Chats, Mats, dies, das, ich deinstalliere Apps, Bruder, ich drehe mich die ganze Zeit um auf dem Weg nach Hause, habe meine Ex da stehen lassen, Bruder, laufe die Straße entlang, schaue mich um, Bruder, ob mich irgendjemand verfolgt. Ich habe damit gerechnet, okay, die catcht mich, so Paranoiasinn gehabt, Bruder, keine Ahnung, irgendwie, ich dachte so, das hätte es auch sein können, aber nichts passiert, Bruder, ich gehe nach Hause, dies, das und irgendwie dachte ich mir dann, vielleicht war doch kein Bulle, vielleicht war Bulle, vielleicht war doch kein Bulle, aber trotzdem bin ich bei meinem Gefühl geblieben und so, das war schon ein Bulle, ja. Und der gleiche, Huren, kann ich nicht sagen, ich kann sagen, was du willst, aber ja, wir wissen, was du leidst, der gleiche, liebe Polizeibeamte, mein Freund und Helfer, kam dann nochmal, um bei mir Kuchen zu kaufen, Bruder. Er hat mir geschrieben wieder, ey, yo, ich würde jetzt auf jeden Fall das halbe Ding nehmen, aber ich brauche nochmal 10 Gramm so zum Probieren für einen anderen Kollegen und so, vielleicht der würde auch mehr nehmen. Und ich denke mir, okay, ja klar, Bruder, normal, unter 10 Gramm ist straffrei, weißt du, also ein verdeckter Mittler, der darf nur bis zu einer bestimmten Anzahl an Gramm oder so kaufen, ohne sich strafbar zu machen. Ah, okay. Ab 10 Gramm, Bruder, ist diese Mindestmenge bei Kuchen überschritten, Bruder, das sind irgendwie so 9,94 Gramm, das wusste ich auch nicht. Das hat mir mein Anwalt erklärt, Bruder. Deswegen auch immer diese niedrigen Beträge, wenn die Tester kaufen, die sagen, die wollen Kiste kaufen, Bruder, 5 Gramm so ein auf den. Ja, verstehe, verstehe, ja, krass. So, dann sagt er mir 10 Gramm, Bruder, und ich denke mir, okay, tamam, ich muss irgendwie so, ich muss irgendwie reagieren, Bruder, ohne jetzt irgendeinen Scheiß zu machen, so. Haben wir uns überlegt, so als Botschaft, so einen auf den, wir lassen ihn abziehen, Bruder, habe ich einen Taxifahrer hingeschickt, so. Also, aber dir war mit dem Wissen, okay, das ist safe, ein Bulle. Ja, so, ja, klar. Okay. So, wir wussten, wir haben alle gespürt, also ich habe das den Jungs erklärt, jeder hat das gespürt, Bruder. So einen, also, das merkt man, so, wenn ich das erkläre, Bruder. Safe, auch jetzt, wenn du es, jetzt, jetzt wissen wir, dass es ein Bulle war, aber. Aber auch, wenn du es so erzählst, auf jeden Fall sehr, so dieser Düsseldauer Kennzeichen ist. Das hat man nichts versucht. Ich habe dann überhaupt nichts versucht. Ich verstehe diese, ich will nicht ziehen, weil ich muss fahren, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen. Okay, kann irgendwo sein, aber. Aber dann fass wenigstens an, irgendwie, tag, irgendwas, Bruder, irgendwas machst du immer. Ja, Teste, Beste, du kaufst gerade von der Plakseite. Genau, du kaufst nicht die Katze im Sack, wer weiß, vielleicht ist da Scheiße drin. So, und dann haben wir uns gedacht, komm, wir machen eine Botschaft, Bruder. Da habe ich meinen Bra, schöne Grüße an dieser Stelle, es tut mir so leid, dass du deinen Taxischein verloren hast. Deswegen, ja. Deswegen, Bruder, ich habe dann meinen Taxifahrer hingeschickt, Bruder. Und er hat ihm dann diese Plombe gegeben, er steigt ein, der fragt mich, ob er von Z ist und so. Er sagt so, ja, okay, passt, er fährt weiter. Und dann, Bruder, er schreibt mir danach, normal, er hat Bockpulver bekommen, Bruder, er hat keine Tasche bekommen, weißt du? Aber auch ein freundlicher Freund und Helfer kann mal sauer werden, Bruder. Er schreibt mir so Todesnachrichten, hey, ihr habt mich abgezogen, geht gar nicht, bla, bla, ich will meinen Kurs haben, wo ist mein Kurs, wo ist mein Kurs und so. Und dann wusste ich schon, okay, blöd, ich muss Hara sein, Bruder, weil man hat schon Leute lang gemacht, man weiß, wie Leute reagieren, wenn sie lang gemacht werden, oder man weiß, wie Leute reagieren, wenn es komisch ist, Bruder. Und er hat komisch reagiert und so, dann habe ich gewusst, okay, Tam, ist ein 100%-Mole gewesen. Das heißt aber, im Endeffekt hat er nur 5 Gramm von dir gekauft, aber von dir persönlich. Genau. Der stellt auch später in der Akte, der hat dich endlich erkannt an deinem... Haben ein Skelett-Tatto. Genau. Genau. Okay, das heißt aber jetzt, bei dem zweiten Kontakt wurdest du ja auch nicht verhaftet, weil es war ja im Endeffekt nur Backbulle. Ich war gar nicht vor Ort. Und du warst gar nicht vor Ort. Ich habe das von zu Hause aus so gemanagt zu einem auf dem. Genau. Und wie ging es dann weiter? Weil eigentlich, jetzt mein Kopf würde mir sagen, okay, ein Bulle, der gerade von mir gekauft hat, hat sogar von mir gekauft, ich bin auf jeden Fall unterab sie. Ich war da vorsichtig, Bruder. Ich habe dann meinen Plug-Account, so ein paar Tage nachdem das war, Bruder, habe ich dann meinen Plug-Account dicht gemacht, Bruder. Das haben auch mal ein paar Leute mitbekommen damals, die haben mir dann geschrieben, wo ist der Accountant, die dat. Dann habe ich den platt gemacht, so ich habe den offline genommen, Bruder, und habe mich so wieder aufs Offline-Business so konzentriert. Die Leute, die man hatte, hat man halt weiter mitgenommen, aber ich habe dann mehr so mein Ding wieder draußen gemacht, so wenn mir das zu heiß wurde. Weil ich eben auch daran gedacht habe, Bruder, jetzt habe ich den einmal gemacht, so jetzt J4, irgendein anderer Pitch kommt und will nochmal und dann gibt man dem doch mal ein bisschen mehr. Keine Ahnung, man weiß ja nie, Bruder. Dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, das macht irgendwie so keinen Sinn. Weil es wäre einfach zu risky gewesen, so weiterzumachen und habe mich dann mehr eben darauf konzentriert, Bruder, draußen so zu machen. Bruder, ich war die ganze Zeit im Studio, ich habe Mucke gemacht, so. Und gleichzeitig war ich am Verkaufen, Bruder, ich habe nichts anderes mehr gemacht, Bruder. Es war eine Zeit von wenig Schlaf, sehr viel selber gezogen, Bruder, in der ganzen Zeit und halt echt nur noch verkauft und Mucke gemacht oder so. Um dich auch zu finanzieren. Genau, eigentlich. Dann mein Bruder Cesar, Free Cesar an dieser Stelle, er hat gesagt, Bruder, ich habe jemanden so, der macht Musikmanagement, da ist Familie von uns schon seit Jahren, dies, das. Dann haben wir Kontakt aufgenommen, Bruder, rüber nach NRW, sind dann hier rüber gefahren, nach NRW. Und dann haben wir uns das angeschaut, Bruder, ich habe mein Management kennengelernt, Bruder. Es hat irgendwie so von Anfang an gut gepasst, wir haben uns gut verstanden, sind dann rüber nach Amsterdam, waren dann dort auch mit Mokro und so im Studio auch. Grüße an Mokro an dieser Stelle. Grüße. Guter Mann, sehr Gastfreund, also gute Gastfreundschaft, sehr gut aufgenommen worden. Das war mir, ja. Amsterdam auf jeden Fall. Genau, und haben halt da Mucke gemacht die ganze Zeit, waren am Vorproduzieren, dies, das. Parallel hat mir mein Manager aus NRW einen weiteren Kontakt geklärt. Deswegen, ich habe zwei Leute im Management aktuell, Bruder. Da ist alles zustande gekommen, so nebenbei, neben dieser ganzen Links-Rechts-Aktion, ist halt irgendwie dann am Ende das zustande gekommen, dass ich auf einmal ein Management hatte, die sich wirklich um diese ganzen Sachen gekümmert haben, so, und die auch wirklich zu den ganzen, so zu Vertrieben und sowas hingegangen sind und gesagt haben, hey, yo, wir haben nicht einen Künstler, der macht das und das, so, aber, so, wir haben da, also, ich habe kaum diesen Fokus für Mokke draußen gehabt, ehrlich gesagt, Bruder. Ich hatte, mein Kopf war die ganze Zeit nur bei Tijara machen und bei Geld machen und immer mehr, immer mehr, immer mehr und ich weiß nicht, ob du weißt, wie es ist, aber man kann sich da ganz schnell drin verlieren in dieser ekligen Welt und man kann ganz schnell den Fokus zur Realität, also diesen Blick für die Realität verlieren. Weiß ich natürlich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Kannst du dir vorstellen. Hast du hier genug Gäste gehabt oder die das wahrscheinlich bestätigen können, hoffentlich? Genau, ja, richtig. Dann, zur Verhaftung, weil ich weiß, du warst ja nicht lange draußen. Das war ja alles, also, wir haben gesagt, Juli 22 wurde zu entlassen. Erster Tag hast du direkt die J-Connection ausgenutzt, Black aufgebaut, die ist das, Köln, Amsterdam, aber ich glaube, du warst insgesamt nur drei Monate oder vier Monate draußen, oder? Nein, ich war insgesamt, also, ich bin im Juli, also, am 8. Juli 2022 entlassen worden und am 26. Januar 2023 verhaftet worden. Also, ein halbes Jahr. So, ein halbes Jahr mäßig, ja. Und diese VOP-Geschichte da, oder diese Nepp, oder wie heißt das? Nepp. Nepp, dieser Bulle, der da bei dir eingekauft hat, das war im Oktober? Das war so im Oktober, Romain. Das heißt? Oktober, November. Das heißt, so zwei Monate, zwei bis drei Monate vor deiner Verhaftung. Mhm. Wie ging das dann in diesen zwei bis drei Monaten weiter? Also, wie sind die dann auf dich gekommen? Die haben dich ja wahrscheinlich observiert dann. Mhm. Du warst weiter aktiv. Ich war weiter aktiv. Aber wie kam das dann, dass du verhaftet wurdest und dass die dann endgültig den ausschlaggebenden Beweis hatten, so? So, das wissen wir bis heute, ehrlich gesagt, selber nicht. Okay. Das Ding ist, wir haben ja, dadurch, dass ich dann aufgehört habe mit dieser Plug-Geschichte so, haben wir ja anderweitig so, wir haben uns ja trotzdem umgeschaut und so. Ich war dann eben unten in NRW, man hat sich das alles angeguckt, man hat dann miteinander angefangen so zu connecten, musikalisch, auf musikalischer Ebene anderweitig halt und so. Und durch diese ganze Geschichte, Bruder, ist das irgendwie, ich weiß nicht, wie ist das alles so ins Rollen gekommen, bei den Jungs wurde eingelaufen, bei den Jungs wurde eingelaufen und so. Also, und genau an dem Tag, wo ich verhaftet worden bin, sind 15, also da haben 15 Hausdurchsuchungen für diesen Fall stattgefunden, Bruder. Und keiner weiß, warum genau, also es gab gar keinen konkreten Hinweis an den Tagen, dass ich irgendwo was aufhalten sollte. Die haben uns ja abgehört, die haben meine Post beschlagnahmt, die haben Pakete und so einen Scheiß, Bruder. Die haben gedacht, ich lasse mir Drogen zu mir nach Hause schicken, Bruder. Haben alles an Post beschlagnahmt, Bruder. Digga, ich warte zwei Wochen auf Pakete, Bruder. Ich denke mir, ich bestelle aus Timbuktu, aber es kommt nicht an, Digga. Oder es kommt nichts an und wenn Pakete ankommen, dann so zerknüllt, weißt du, wie oft ich die HL und Hermes angerufen habe, habe gesagt, Alter, was wollt ihr mich verarschen? Diese Pakete sind immer kaputt, Digga. Dabei, die liegen bei Melkadi, zerfetzelt das und so. So, und keine Ahnung, wie es war, Bruder. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam, dass genau an dem Tag, dass die eingelaufen sind, aber die haben Glücksgriff gehabt, Bruder. Weil ich war im Studio und ich war mit einem Kollegen, Bruder. Aber warst du in NRW oder was? Da war ich in Augsburg, Bruder. Ich war in Augsburg gerade zu dem Zeitpunkt. Ich hätte, also mein Manager hat zu mir damals gesagt, Bruder, komm zu mir nach NRW, dir geht es dir gut, du brauchst nicht in Bayern sein, Bruder. Wir kümmern uns um alles, dies, das. Deine ganzen Sachen kannst du auch hier machen, dies, das. Wir können uns um alles kümmern, aber komm hierher, geh weg aus Bayern, Bruder. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe in Bayern, ich muss Augsburg repräsentieren, dit, dat, dit. Weißt du, was ich meine? Hätte ich mal lieber drauf gehört. Ich bin nicht dort geblieben. Es haben dann diese Hausdurchsonne eben stattgefunden. Und jetzt musst du dir vorstellen, Bruder, ich sitze im Studio und wir haben so die letzten Tracks von dem Album aufgenommen, was erschienen ist von diesem Generation Z-Album. Und haben wir aufgenommen, Bruder, in einer Nacht fünf Songs gemacht, Session gemacht, dit, dat. Wir waren echt viele Leute und ein Kollege von mir, ein sehr enger Freund, Bruder, ich will jetzt nicht genauer drauf, also mehr drauf eingehen. Er hat Shem dabei gehabt, Bruder. Er hat 55 Dinge, hat Juju dabei gehabt. Und wir haben mäßig so zusammengearbeitet, so einen auf den. Und er wollte nach Hause fahren, Bruder, so gegen drei Uhr nachts. Warum hat er das aber dabei? Er hat verkauft. Ach so, okay, aus dem Studio heraus, mäßig an dem Abend. Dazu kann ich nichts sagen. Okay. Okay, nein. Passt, passt. Aber weißt du, Bruder hatte das dabei und er sagt, Bruder, ich fahr jetzt. Ich sag, fährst du mit Taxi? Er sagt, nein, ich hab einen Fahrrad. Ich sag, okay, tamam, dann lass das Juju da, Bruder. Ich fahr später mit Taxi sowieso nach Hause. Passt. Er sagt, wirklich? Und ich sag so, ja, passt, Bruder. Korrekt, weil, wäre für mich scheiße gewesen, wenn der Knast gekommen wäre, weil, ja. Ja. Und, ähm, ich sag zu ihm, komm, ich nimm das mit, weil ich fahr mit Taxi. Und mit Taxi, Bruder, ich sag dir ehrlich, kannst du überall auf dieser Welt rumfahren, du wirst dich rausgezogen. Ja, so, niemals. Ja, so, niemals. Ich hol mein Hund, Bruder, ich geh nach Hause, ich hol mein Hund raus, ich rauch ein Joint, ich lauf um den Block und ich seh, Bruder, hier ist so leer, Bruder, da ist nichts, keine Menschenseele auf dieser verfickten Straße, Bruder. Und ich geh jeden Morgen dort gassig und da sind viele Menschen normalerweise. Ich lauf, Bruder, keine Autos, nur, da ist so ein silberner Van von meiner Wohnung gewesen, mehrere Wochen lang, Bruder. So voll typisch, voll typisch, Wallah, voll typisch. Das ist ein richtig Ding. Voll typisch, voll typisch. Der stand da die ganze Zeit, Bruder. Und ich hab von Anfang an gesagt, das sind 100% Bullen. Ich hab gesagt, 100% das sind Bullen, die observieren mich 100%. Und ich wusste das, ich hab das den Jungs die ganze Zeit gesagt, Bruder. Die ganze Zeit, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich werd observiert. Jetzt sind wir, jetzt lauf ich da grad mit meinem Hund und so und ich seh wieder diesen verfickten, silbernen Van und ich denk mir, wenn das Bullen sind, eines Tages bin ich gefickt. So einfach den, Digga. Ich lauf diese Treppen hoch, ich hock mich, leg mich in mein Bett rein, voll bekifft, Bruder. Ich bin halt am Einschlafen. Meine Ex-Freundin liegt damals so neben mir auch am Pen. Auf einmal, Digga, es klingelt einmal an dieser Tür und es war, keine Ahnung, es war so, ich glaub Punkt 7, wo haben die das gemacht? Ich glaub, es war Punkt 7, wo es geklingelt hat. Ich denk mir, boah. Ich bin sofort aufgestanden, so, kennst du das? Das war alles so, das waren ein paar Sekunden, Bruder, aber die waren wie verfickte Minuten. Ich sofort aufgestanden, Bruder, meine Ex sofort wach gewesen, ich schreie, das sind 100% Bullen. So, weil, Bruder, bei mir klingelt, kein Mensch klingelt um 7 Uhr morgens, jeder weiß, ich schlafe bis 13 Uhr, keiner weckt mich um 7 Uhr jeweils. Dann, Bruder, ich stehe auf, ich springe sofort zu meinen Dingen, das war eine Einzimmerwohnung, weißt du? Und es war Winter, also Balkon war zu, so, ich renne zu der Tür, wo meine Tasche hing, ich renne dahin, Bruder, ich nehme die Tasche, reiche den Balkon auf, werfe die Tasche raus, meine Ex gleichzeitig an mein Handy, löscht Wicker, löscht Streamer, voll gut, Bruder, Arsch gerettet, Wallah, stramm, Arsch gerettet. Alles gelöscht und so im gleichen Moment, Bruder, das war, das hört sich lang an, Bruder, aber das war vielleicht eine Sekunde, weil die haben geklingelt und haben ermittelt, wo die Wohnung ist. Mein Name stand nicht auf dem Klingelschild drauf, das stand da nirgendwo, also, ich war da nicht, ich war da nicht gemeldet, Bruder, so. Und die mussten irgendwie die Wohnung ermitteln, weil, sechster Stock, unten klingeln, die ist da, Bruder, ich werfe gerade diese Tasche aus diesem Fenster raus, kommt ein Rambock dick durch diese Tür geflogen, mein Ex stand da in der Nähe von dieser Tür, Bruder, bam, SEK rein, Bruder, ganze Hütte, das war eine Einzimmerwohnung mit 20 Quadratmetern, full mit Bullen, Bruder, ich habe nur noch schwarz gesehen, Bruder, ich habe nur noch vermummte Gesichter und MPs in meiner Fresse gesehen. Tag, die kommen rein und das war die zweite Verhaftung mit SEK, gleiche Wohnung, Bruder, ich wurde zweimal in der gleichen Wohnung vom SEK verhaftet und bin zweimal aus der gleichen Wohnung raus im Knast gekommen. Auf jeden Fall, die rennen rein, Bruder, der Erste kommt direkt auf mich zu, wirft mich auf den Boden und so, packt mich, packt mir Knie in den Hals, dies, das und ich denke mir, okay, ich bin safe. So, ich habe die Tasche aus dem Fenster geworfen, ich bin safe, Bruder, die finden einen Ballermann bei mir, aber okay, geht so. Das geht, Alter. Da komme ich nicht in den U-Haft, Bruder, nur für einen Tabadja kommst du in Bayern auch nicht direkt. Nee, kommst du in den U-Haft nur für eine Waffe? Natürlich, Bruder, für eine Schafe. Bruder, kommst du ja nicht unbedingt, kommst in den U-Haft, aber bist jetzt nicht krank gefickt, Bruder. Ich habe jetzt nicht erwartet, so, die finden die Waffe, aber ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt Brett dafür bekomme, weißt du, was ich meine? Ich habe mich safe gefühlt. Safe war es mit Nack, Bruder. Safe war es mit Nack und Waffe zu Hause. Ja, Nack und Waffe. Das war ja in meinem Kopf, verstehst du? Mein Kopf war, okay, wenigstens diese Waffe, egal, Hara, scheiß drauf, aber wenigstens das Nack ist weg, Bruder, weil bewaffnete Drogen handeln. Bruder, ich liege auf diesem Huch im Boden, ich habe diese Kabelbinder an meinem Arm, Allah, und zappel wie ein Fisch. Und auf einmal ein Bulle geht mit Maglite raus auf den Balkon, er sagt, wieso ist der Balkon offen? Es ist Winter, Digga, wieso ist der Balkon offen sein auf den? Er geht raus mit Maglite, Bro, er sagt, ja, hier im Baum ist was. Ich habe es in der Akte gelesen. Allah, Digga, diese eine rennt runter, Bruder, ich liege da unten, ich denke, ich bin gefickt, Digga. Ich schaue meinen Hund an, ich denke, mir war schön, dich gesehen zu haben. Aber ganz kurz, du hast, weil das steht auch so in der Akte, du hast die Tasche runtergeworfen, du hast die auf den Baum, irgendwie hat die sich im Ast verfangen, gell? Genau, diese verfickte Tasche hat sich im Baum verhangen. Hätte ich nach links geworfen, auf einen anderen Balkon, wallah, ich wäre frei gewesen. Hätte ich nach rechts geworfen, wallah, ich wäre frei gewesen. Ich habe sie gerade ausgeworfen, Bruder, die landet in einem Baum, Digga. Hängt so, wieso, Digga? Einfach, Bruder, wie präsentiert, leerer Baum, Bruder, kein Blatt mehr da drin, Digga, nur diese Tasche, Digga. Die sieht man, Bruder, wie ein Weihnachtsbaum war das. Scheiße, ja. Ja, und dann, ähm, jumpt einer von denen runter, holt diese Tasche, die anderen gerade am Durchsuchen, ich immer noch am Boden liegen, gießt das, einer Waffe in meine Fresse, sagt zu mir, hey, mach keinen Faxen oder so. Auf einmal, Bruder, der eine holt von oben auf meinem Küchenschrank, war ein Revolver. Der war durchgeladen, du war full, eine Kugel war im Lauf, Bruder. Was machst du sowas, ja? Was hast du für Feinde, dass du so schläfst? Ich hab niemals Mati zu Hause gehabt, nie, niemals, niemals Material zu Hause gehabt. Never ever, ich verkaufe seit 2000 fucking, verkaufe ich Drogen, Bruder. Seit 2000, wenn ich hatte, hab ich, ja. Aber auf jeden Fall, ich... Zensier das ja. Auf jeden Fall, ich bin jetzt schon jahrelang in diesem ganzen Geschäft aktiv, Bruder, schon echt sehr lange, Bruder. Und ich sag dir ehrlich, ich hab noch nie Mati zu Hause gehabt. Gott weiß, warum an diesem Tag ausgerechnet ich das mitgenommen hab. Keine Ahnung, für irgendwas war es auf jeden Fall gut. Die holen diese Waffe da raus, die finden noch ein Messer in meiner Jackentasche. Und die sagen, okay, jetzt haben wir es, pack deine Sachen so mäßig, weißt du? Bis weg, so ich wusste, okay, bewaffneter Drogenhandel, Bruder, ich bin am Arsch. So fünf Jahre Mindeststrafe, ich war ja vorher schon in Haft, ich hab das ja mitbekommen bei anderen Jungs noch. Das ist gerade erst ein halbes Jahr draußen, oder? Gerade ein halbes Jahr draußen, wäre gar nicht egal. Meine Welt, Bruder, zusammengebrochen. Überall wie Scherben, Bruder. Ich hab vor einer Woche noch mit meinem Vertrieb gesprochen, wir haben einen fetten Vorschuss geklärt für nächstes Album, Bruder, und ich sitze wieder jetzt in der Abstinke. Scheiße. Dann, die nehm ich mit, Alter, ich fahr, Bruder. Und ich sag dir ehrlich, ich hab so diese ganze Zeit, wo ich draußen war, diese paar Monate, hört sich jetzt behindert an, vielleicht andere Leute, die auch schon mal in Haft waren, können das nachvollziehen, so. Dadurch, dass ich die erste Haft, Bruder, diese zwei Jahre, was ich da gehockt hab, die waren Baba. Das war eine gute Zeit, ich war mit sehr guten Jungs und so, hab voll die witzige Zeit und alles gehabt. Und das hat mich aber irgendwie nicht von mehr abgehalten, sonst hätte ich das alles ja nicht gemacht und so. Und ich war, wo ich draußen war, war ich sogar auf dem Film so, ich vermiss Knast ein bisschen, ich vermiss diese Leute, weil wenn du einmal aus dem Knast rauskommst, du hast nie wieder diese gleichen Gespräche mit deinen Jungs draußen, die noch nicht saßen, wie mit Leuten, die halt in Haft saßen. Weil die halt, wenn du einmal alles verloren hast, so, dann hast du einen anderen Blick aufs Leben, so, weißt du, ich mein, so, wenn du einmal nichts hast, Bruder, sondern nur das da drin sein, so, dann verstehst du die Welt ein bisschen anders. So, und ich hatte halt diese Zeit, wo ich draußen war, so, das Gefühl, so, ich seh mich irgendwie nach den Leuten in Haft, so, nach den Gesprächen mit den Leuten auch, so. Weil man redet ja nicht den ganzen Tag nur über kriminelle Scheiße oder so, man redet halt, man steht da eine Zeit gemeinsam, zusammen durch, so. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, als ich draußen war. Und mein erster Gedanke, Bruder, wo ich in diesem Polizeisixer drin war, war so, Alter, jetzt fahre ich nach Hause so auf den. Dann dachte ich mir gleich wieder, boah, hast du mich verpeecht, was denke ich, bin behindert oder was, Allah, was rede ich hier, so, weißt du. Dann, Bruder, ich fahre da hin, kopfvoll gefickt, Digga, ich komme gerade so runter vom Kiffen und so, dies, das, war auf Session, war auf Shem und so. Bruder, ich sitze in dieser Polizeigewahrsam und ich liege dran und denke mir, boah, wie gefickt bist du auf einer Skala von 1 bis 10. Was wissen die jetzt, was wissen die, Bruder, was wissen die alles, weißt du, du hast hier keine Ahnung, ich habe nur diesen Wisch, ich habe diesen Wisch bekommen, Bruder, stand drin, hier, Gambag-Aussage wurde gemacht. Was Gambag, was? Ja, diese V-Mann-Aussage, diese nicht offen, also, also, Nep war das andere, Bruder, Nep war der Scheinkräfer, Gambag war diese gemeinsam bekannte Person, die die Aussage am Anfang machte. Mit dem, dass du eine Plaggseite hast. Genau, eine. Aber du weißt doch, Alter, die haben Knarre gefunden, die haben auch, also auch wenn es so nur 50 Gramm sind, gefunden, so du weißt, wo das Ding es durch hat. Normal, das ist ja das eine, aber ich wusste halt noch, was könnten die noch wissen, oder? Darum ging es mir so. Ich wusste, okay, ich musste abwägen, oder was kann jetzt rauskommen, was nicht, weil man war vorsichtig, man war extrem vorsichtig, deswegen wurde ich jetzt im Nachhinein, also, normal, wenn ich das jetzt, der Zuhörer, der Zuhörer, der Zuhörer wird jetzt denken, der ist voll behindert, dass er sagt, dass er vorsichtig war, letztendlich wurde ich tatsächlich nur für das verurteilt, was gefunden wurde. Ich wurde für nichts anderes verurteilt, ich wurde nur für das, was gefunden wurde, verurteilt. Und es spricht schon mal dafür, dass ich vorsichtig gewesen sein muss, weil sonst wäre ich dafür verurteilt worden. Oder dass du halt nicht mehr gemacht hast. Oder dass ich nicht mehr gemacht habe, oder? Aber jeder, der mich zu der Zeit auf Instagram verfolgt hat, oder, jeder, der mich da verfolgt hat, du hast dir nicht rechtfertigt, aber jeder, der mich dazu der Zeit verfolgt hat, Bruder, und meine Storys gesehen hat, ich war sehr transparent, Bruder, sagen wir es mal so, auch auf meiner Sisi-Seite, Bruder, ich war sehr transparent. So viel zum Thema vorsichtig, ey. So viel zum Thema vorsichtig. Aber irgendwie auf irgendeine Art und Weise, Bruder. Ja, ich weiß schon, ja, hast du schon? Auffällig, wie heißt das? Kein Grund, auffällig ist am Unaufragend. Auffällig ist am Unaufragend. Dreistigkeit siegt. Dreistigkeit siegt, verstehst du? Ja, und dann bin ich in den Habs gekommen, Bruder, und, äh, genau, ich saß dann in dieser Polizeigewahrsam, ich sofort meinen Anwalt anrufen lassen, Anwalt kommt, Bruder, er hat mich direkt besucht in der Früh. Und ich hör die ganze Zeit klopfen überall, Tag, 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 alle klopfen, alle klopfen und so. Ich sag, was geht? Ich hör meinen Namen an ein paar Leute geschrieben, aus anderen, ist unten Polizeigewahrsam, Augsburg-Göggingen, Bruder, Shoutouts. Ähm, eine ganze Reihe lang sind so Ausnüchterungszeiten, da kommen halt die ganzen Leute in PG rein. Kommt mein Anwalt, Bruder, das erste, was er mir sagt, hey, deine ganzen Jungs sind hier, Digga. Ich sag, wie? Er sagt, ja, alle deine Jungs sind hier, mit denen du eng bist und so, die, die in Augsburg sind, die sind alle verhaftet worden. Wir haben heute Ausdurchschnung gemacht, haben die heute bei 15 Leuten, andere Bundesländer auch, aber hier in Augsburg nur bei 15 und deine ganzen Jungs sind alle hier und so. Ich sag, oh, tschüss. Er sagt, mach dir keinen Kopf, die haben nichts gefunden. Du bist der Einzige, der gefickt ist. Ich denk, mach dich, mach dich, Digga. Und dann hat er mich gefragt, so, was, was hast du denn gemacht, so die ganze Zeit? Was kann, was kann man dir angreifen und so? Pipapop. Ich erzähl ihm so roundabout von ein paar Sachen, links, rechts, so Sachen, wo ich sagen könnte, okay, dafür könnte ich gebonst werden und so. Hast du den Scheinkäufer erwähnt? Ja, ja, klar. Ich hab alles erwähnt, auch Sachen, die ich hier leider nicht erwähnen kann, aber ich hab alles erwähnt, was ich gemacht hab. Das war ein Gespräch, so eine halbe Stunde und ich hab ihm alles gesagt, dass er wissen muss, okay, auf was er sich einstellen kann. So einen auf den, weißt du? Und ich frag ihn so, was ist denn, wenn du so Strafen hast? Ach, bis zehn Jahre. Wie ich sag, verpiss dich, was du achst, zehn Jahre, das ist ein bisschen verarschen. Er sagt, ja, du hast ja diese bewaffnete Drogenhandel jetzt am Arsch. Wie willst du es loswerden? Wie willst du da dich irgendwie rausreden, die finden bei dir nackt, die finden bei dir eine Waffe. Was willst du sagen? Wie willst du runter mit deiner Strafe? Fünf Jahre ist Minimum. Und halt das andere Zeug kommt oben drauf, so. Bruder, und dann, mein Kopf, extrem gefickt, aber ich komm wieder in dieses ekelhafte Gablingen, Bro, JVA Gablingen. Shout-outs nach dieses Gefängnis, Bruder. Zweit sicherster Knast Europas, Bruder, nach Brüssel. Also war es zumindest. Ich weiß, ob es immer noch so ist. Was heißt aber sicher? Bruder, an Sicherheitsstandards, Bruder. Die haben diese Kameras, mal Kameras. So, okay. Was haben die noch? In jeder Ecke, Bruder. Also die haben in der Küche, zum Beispiel, da gibt es Küchen oder so, wo du kochen kannst. Auf deinem Gang. Die sind aber sehr klein. Das ist kein Hotel, Bruder. Viele Leute denken, Hotel und so, aber nee. Oder es sind zehn Kameras in der Küche drin, so. Auf einen Quadratmeter sind zwei Kameras platziert gefüllt. Weißt du, wie ich meine? So sehr, sehr sicherer Knast. Da kriegst du nichts rein. Das ist ein toter Knast. Da gibt es keine Drogen, da gibt es kein nichts. Die handeln da mit Schlaftabletten. So ein Knast. Zum Tod. So, dann komm ich da rein, Bruder, und mein Kopf entgefickt, 23 Stunden Zelle, mein Kopf am Arsch, Bruder. Und ich dachte mir, boah, jetzt hat es geknallt. Jetzt bin ich nicht gefickt. Weil ich hatte ja in der letzten Haft, war schon Madrig, Bruder, erstmal verhaftet sein, aber da hat man sich schnell eingelebt. Aber diesmal habe ich so am Anfang gedacht, warum hast du das gemacht, Bruder? So, ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mir gedacht, wie so, wofür, für ein bisschen Para, für ein bisschen Prada, für ein bisschen Xerjov-Tafin, für ein bisschen Steak essen, Bruder. Nein. Voll behindert. Alles verloren, so auf einen Schlag, Bruder, für nichts. Gerade Deal aufgebaut, gerade Deal unterschrieben gehabt, dies, das. Und jetzt so alles für nichts verloren, Bruder, für ein bisschen Prestige und so. Voll behindert. Ja, voll. So, dann saß ich in den Haft, Bruder, saß in den Urhaft. Und dann, irgendwas hat mich wieder gewohnt, Bruder. Ich habe so einen Drang in mir gehabt, also ich habe seit Jahren so einen Drang in mir, ich muss irgendwie nach Möglichkeiten für irgendwas suchen, Bruder. Und ich habe ein Handy gebraucht, so. Es waren viele Mittäter, also ich hätte viele Mittäter gehabt, wenn das alles durchgegangen wäre. Also, im Verfahren lief das alles, aber brauche ich nicht darauf eingehen, bin ich nicht verurteilt worden, also scheißegal. Ich dachte mir, ich brauche ein Handy, ich muss die Leute connecten, ich muss rumtelefonieren und so weiter und so fort. Ich war mit einem sehr, sehr, sehr guten Mann aus Gießen, auch ein bekannter Mann, Shoutout. Ich kann leider seinen Namen nicht erwähnen, der ist schon ein älterer Abi. Ich habe mit ihm zusammen überlegt, so, weil er war mit mir zusammen Hausarbeiter in Untersuchungshaft, ich habe da gearbeitet, so, dass ein bisschen Zelle offen ist, die Dat. Und wir überlegen hin und her, was können wir machen, und wie können wir irgendwie ein Handy hier reinbringen. Wir haben irgendwann mal angefangen zu gucken, so in der Früh, wenn Leute zu Gericht fahren, dann sehen wir die ja, wir sind ja offen, wir sehen die, wenn die fahren. Und du kriegst, ich weiß nicht, ob das in allen Gefängnissen so ist, aber in Bayern ist es eigentlich immer so, wenn du zu Gericht fährst, dann kriegst du ein Lunchpaket. Da ist dann ein Brot drin, so ein geschmiertes mit Käse, dann ist da so ein Wasser drin, so ein Tetrapackwasser, ekelhaft, alles ekelhaft. Und Apfel. Und du kriegst das in einer Tüte, du verlässt da den Knast quasi, nimmst diese Tüte mit, kannst es dann da in der Wartezelle für Gericht essen, weil manchmal, Bruder, wartet es sechs Stunden da ekelhaft in dieser Zelle unten, bis dein Gericht beginnt und so, voll krank. Und du nimmst das aber mit, dieses Lunchpaket, und ich habe voll viele Leute gesehen, Bruder, die kommen vom Gericht zurück und haben diese Tüte dabei. Die laufen mit dieser Tüte wieder rein. Und ich und mein Schabab, wir reden die ganze Zeit, wie können wir das machen, Bruder, wie können wir das machen? Und eines Tages kommt so ein Allmann aus München, Bruder, wurde für zehn Kistenort verurteilt, kommt voll abgefuckt, zurück vom Gericht und hat diese Tüte in der Hand. Ich gehe zu ihm hin, ich nehme diese Tüte, ich sage, gib mal her. Ich sage, die ist ja noch verknotet und so. Er sagt, ja, ich habe die nicht aufgemacht. Ich sage, wie? Haben die die nicht aufgemacht bei Sicherheitszentrale? Er sagt so, nein, die haben das nicht mal angeschaut. Ich sage, was laberst du? Er sagt, ja. Ich sage, okay, tamam. Dann, ich habe die nächsten Leute abgecheckt, die zu Gericht gefahren sind und habe dann extra zu Leuten gesagt, hey, nimm mal jetzt bitte dein Essen wieder mit. Ich will das haben, wenn du wiederkommst. Das haben mehrere Leute gemacht und das war safe. Da ist nichts passiert, Bruder, die haben nie reingeschaut. Ich sage zu meinen Kollegen, hey, Wallah, du hast jetzt eine Gerichtsverhandlung, du gehst eh aus diesem Knast, du gehst zurück nach, äh, wie heißt, Hessen. Und dann hast du Baba Vollzug, Bruder. Komm, lass mal was auf korrekt machen. Er sagt, ja, okay, Bruder, für dich, ich mache. Der Schabab, ich küsse dein Herz, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Er hat Gerichtsverhandlungen gehabt. Wir haben das draußen abgecheckt über Besuch, über Trennscheibe geredet, dies, das. Und ich habe damals jemandem, der mich besucht hat, erklärt, dass er ein Handy besorgen soll mit Karte und das zu seiner Frau schicken soll. Ich habe dann mit Brief über jemand anderen rausgeschrieben, die Adresse von meinen Kollegen. Die Person hat das Handy gekauft mit Karte und so, hat es dann seine Frau geschickt. Seine Frau ist dann zur Gerichtsverhandlung gekommen. Und nach Gerichtsverhandlung, manchmal darf man umarmen, manchmal nicht. Der Schabab wurde für 200 Kilo Gras verurteilt und so, da ging es um Arnommen, da war Kontakt und so. Bayern ist das schwierig, da darfst du nicht umarmen. Hat der Richter gesagt, nein. Und mein Kollege ist da vor Gericht und wartet eigentlich, dass sie mir jetzt das Jeb da reingibt und so. Und der Richter sagt, nein, geht nicht, mach mal nicht. Kein Kontakt. Er so, okay. Hat er sich so hinten angelehnt, dann diese, da ist so ein, so hölzerner Zaun quasi, so Zaun, wo du dich anlehnen kannst. Dahinter sind die Besucher und da ist so Anklagebank. Er hat sich so angelehnt und seine Frau stand direkt hinter ihm. Und die haben quasi so geredet, so nach hinten. Und sie hat ihm das Handy in die Jackentasche reingesteckt, so auf richtig unauffällig. So, die haben geredet ganz normal und im Gespräch hat sie es ihm reingesteckt. Mein Kollege ist dann fertig mit Verhandlungen, geht in den Polizeibus, hinten auf Rückbank, sind ja keine Kameras, sondern ist ja nur so ein Guckfenster. Sitzt der Bruder, macht so ein Brot auf, Allah macht ein Loch in das Brot rein, tut das Handy reinlegen, Digga, klappt dieses Brot zusammen, tut es in die Tüte, knotet das wieder, geht in den Knast rein, Bruder, mit dieser Tüte in der Hand läuft der seelenruhig am verfickten Sicherheitspersonal vorbei, im sichersten Knast Bayerns, nee, im sichersten Knast Deutschlands sogar, oder läuft der mit dieser Tüte, wo ein verficktes Handy drin ist, wo auch hätte eine Handgranate sein können, eine Waffe sein können, eine Bombe sein können, alles hätte da drin sein können. Läuft der da vorbei, Bruder, und marschiert einfach in den Knast rein, Bruder. Ich war gerade offen, ich habe gerade Mittag gegessen, dies, das, und der Schabab kommt von der Gerichtsverhandlung, er nimmt diese Tüte, er schmeißt sie auf meinen Tisch, er sagt, wer ist der krasseste? Ich sage, Allah, du, Digga, du hast meinen Arsch gerettet. Bruder, dann, ich filmbar, wir hatten kein Ladekabel, ich habe dann von einer Haarschneidermaschine, da gibt es diese Ladekabel für diese Haarschneider, habe ich vorne abgeschnitten, Bruder, Plus und Minus aufgemacht, dieser Isolierband drunter, Akku vom Handy genommen, hinten draufgelegt, mit T-Saum gebunden, und so halt immer das Handy geladen wurde. Und dann halt angefangen, Bruder, du willst gar nicht mehr in diese Szene abrutschen und so, die ist das, ich habe mir geschworen, und ich höre auf, bla, bla, aber dann kommt so ein Telefonat, wo dann macht die anderen einen guten Preis, der sagt, komm, ich gebe dir für 3,75 und dann denke ich so, okay, stramm, mach. Dann hat es halt angefangen, Bruder, aus dem Knast raus, haben wir ein bisschen was organisiert gehabt. Vom Knast aus, lacht draußen. Vom Knast, nein, also, ich war im Knast und ich habe Leute draußen gehabt, die gearbeitet haben und so und man hat halt so mit denen Kontakt aufgenommen, so mal versucht, so Leute zu vermitteln und so, andere Sachen zu machen, kann da jetzt aber auch nicht wieder, einmal schon, habe ich dir gesagt, Bruder, kann ich nicht so krass drauf eingehen, ist zwar aktenkundig alles so, man sieht schwarz auf weiß, was telefoniert wurde, aber das Verfahren ist nach Paragraph 154 eingestellt worden, temporär, Bruder, das heißt, die können jederzeit wieder aufnehmen und die hatten da jetzt nicht so die Überbeweise, die haben nur Gespräche zwischen mir und meinem Mann draußen gehabt, Bruder, aber die haben keine Gespräche zwischen mir und Kunden oder zwischen mir und Lieferanten gehabt, sondern nur zwischen mir und meinen Kollegen, so einen auf, Bruder, das sind ganz normale Gespräche, so. Waren es ja auch, natürlich. Fiktive Gespräche. Das ist natürlich. Ja, Bruder, dann hast du, was war das denn für ein Handy? Das war so ein Late-Star, Bruder, kennen Sie diese kleinen Pusher-Handys, diese Daumen-Handys, so einen auf Nokia 6310, so einen kleinen, und ich halt die ganze Zeit telefonieren gewesen, bam, 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 und das ging ein paar Wochen, Bruder, das war gar nicht lang, ich habe raus, also was schnell, also ich erzähle es dir so, Bruder, ich bin gerade am Telefonieren mit meinem, mit Cesar, nochmal Free Cesar an der Stelle, Bruder, ich telefoniere gerade mit dem, wir reden, oh ja, bald kommen neue Single raus, dies, das, wir unterhalten uns, und ein anderer Kollege von mir, der auch Hausarbeiter war, so der andere war dann schon in Gießen oder so, der andere hatte aufpassen, so ein Bruder, er sollte draußen im Gang stehen und einfach gucken, dass keiner kommt, so einen auf den. Und ich saß im Bett am Telefonieren. Ich rede, 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 und ich höre irgendwie Schritte. Ich schaue so raus, ich sage, Bra, ist alles gut? Er antwortet mir nicht, ich sage, Digga, ist alles gut? Er antwortet wieder nicht. Ich stehe auf mit dem Handy in der Hand, ich laufe zu ihm raus, ich gucke ihn an, ich schaue nach rechts, bam, 20 Sicherheitsbeamte, Bruder, ganze Sicherheitsbeamte, was du in Gablinge finden konntest, haben die zu mir in die Zelle geschickt, Digga. Und ich gerade das Jepp in Hand, Bruder, ich versuche das irgendwie zu zerdrücken, der sagt, was in deiner Hand? Ich sage nichts, er sagt, was in deiner Hand? Ich sage nichts, was in deiner Hand? Ich sage, hier, Digga. Dann er nimmt das Handy, er sagt, wo hast du es her? Ich sage, ja, keine Ahnung, hab ich gefunden. Bruder, die haben mein Leben gefickt, Digga. Die haben Tote rausgeholt, Bruder, die haben diese Zelle, in der ich gelebt habe, haben Mutter gefickt, Waschbecken ausgebaut, Bett ausgebaut, die haben ja viel mehr erwartet, Bruder, wenn du dein Handy drin hast, was ist da noch? Es ist da Mati und so. Bruder, dann haben die mich in Absonderung gepackt, dann war ich erstmal abgesondert, Bruder, und in Gablingen ist Absonderung, Absonderung, dann heißt, du bist echt gefickt, Einzelhaft ist das, kein Fernseher und so. Scheiß, Bruder. War ich einen Monat Absonderung, dann war ich nochmal zwei Wochen im Bunker danach und dann bin ich auf eine andere Station verlegt worden. Dann wurde ich auch, da war dann mein Urteil, Bruder, dann wurde ich verurteilt und das heißt, das war alles noch in Urhaft. Das war alles noch in Urhaft. Hab dann rausgefunden, Bruder, mein Schabab wurde abgehört, Bruder. Seit erster Tag, ich sage, Bruder, ist deine Nummer safe? Walla, 100%. Walla hat diesem ersten Tag, Bruder, abgehört. Die haben da schon abgehört. Dieses Wort haben die sogar mit aufgezeichnet, Bruder. Ihr habt das schwarz auf weiß in der Akte. Dieses Wort haben die mit aufgezeichnet. Erster Tag haben die ihn abgehört und mich halt dann dadurch auch, Bruder, war klar. Die haben alles gehabt, aber hat nicht gereicht, Bruder. Hat nicht gereicht, Bruder, was soll ich dir sagen? Für diese Anklage. Aber du hast ja schon gesagt, du hast dein Urteil, wir sind ja noch, du bist ja immer noch für diesen Revolver und diese 50 Gramm Kohl. Genau. Richtig. Deine Kahlverhandlung. Ich habe im August dann meine Gerichtsverhandlung gehabt, Bruder. August? Also 2023. 2023, genau. Auch voll gestört, Bruder. Ich gehe da rein und in Bayern, ich weiß nicht, ob das überall so ist, gibt es so diese Fußfesselpflicht bei Straferwartungen mehr als fünf Jahre wegen Fluchtgefahr. Da musst du Fußfesseln tragen und so. Okay, krass. Das heißt, du bist so wie so ein... Bruder, wie ein Psychopath, jetzt habe ich irgendjemandem gebracht. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe Glatze gehabt zu dem Zeitpunkt, Haare abrasiert, dann habe ich dies, das wegen Gutachter, dies, lange Geschichte. Auf jeden Fall, ich laufe da rein, Bruder, und waschle wie ein Pinguin in diesen scheiß Gerichtssaal rein, Bruder. Auf einmal gucke ich, hier ist in diesem ganzen, in diesem Saal, Bruder, das ist Schwurgerichtssaal in Augsburg, größte Gerichtssaal, den du da finden kannst. Drei verfickte Schulklassen, Bruder, voll, nur Kinder, Bruder, Zuschauer, Zuschauer, einen, und halt meine ganzen Jungs und so Adler, dann sitze ich dann watschlich da rein und mein Anwalt tickt aus, Bruder, ich habe so einen richtig guten Anwalt aus München gehabt, kann man da nicht an der Stelle auch mal grüßen, schöne Grüße an Rechtsanwälte Esser, wenn jemand einen BTM-Anwalt braucht, geht auf jeden Fall zu ihm, der ist Baba, auch wenn ich viel Strafe bekommen habe für das, was ich gemacht habe. Bester Mann, Bruder, erster Mann. Bruder, ich komme rein, er fängt voll an, mit diesem Richter zu streiten, Bruder. Bevor Anklageschrift überhaupt verlesen wurde, bin ich, ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, ich schwöre, ich bin sechsmal runter, also runter wieder, es ist im ersten Stock gewesen und ich musste immer wieder in den Keller zurück, Bruder, watscheln mit diesen scheiß Fußfesseln, weil er gesagt hat, dass nicht Menschen, das ist, das ist menschenunwürdig, dass er hier vor so vielen Leuten mit Fußfesseln reinlaufen muss und so, das geht gar nicht, voll rumgeschrieben, Befangenheitsanträge, Staatsanwalt mischt sich ein, alle streiten, Bruder, Gericht hat noch nicht mal angefangen, und ich denke mir schon, ich bin gefickt, Bruder, das geht hier ab eigentlich, so. Dann zwei Stunden Prozedere vorbei, wir haben echt zwei Stunden da rumdiskutiert und so, mein Anwalt hat schon Akten hingeworfen, hat gesagt, nee, ich gebe jetzt das Mandat ab, damit die hätten neue Verhandlungen machen müssen und so, so provozieren, aber die wollten diese Fußfesseln nicht loslassen. Jetzt weiß ich auch warum, weil die haben uns ja abgehört im Knast und das wusste ich ja noch nicht und ich hatte eigentlich mit einem anderen Kollegen so einen mäßigen, wie nicht Ausbruchsversuch geplant, Bruder, aber einen Aufbruch, es hat im Gericht in Bayern zweimal geklappt in dem gleichen Jahr, Bruder, sind schon mehrere Leute über Gericht abgehauen, wollte das auch machen, über Gericht auch, über Gericht und ich habe das am Telefon besprochen gehabt, im Handy, also dem Knast, Bruder, habe aber nicht gewusst, dass die mich abhören und aus dem Grund haben die diese Fußfesseln nicht abgenommen, weißt du, was ich meine? Okay. Die haben gedacht, der haut jetzt ab, oder die nehmen die der ab und dann ist der weg. Ja, ja. So, weil die wissen ja nicht, also, die können ja nicht abwägen, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja, ja, und safe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann dort, Bruder, habe mir die Blöße gegeben, wurde dann eben nur für das verurteilt, 55 Gramm Kohl, mit laut Anklageschrift 92,6 Prozent Wirkstoffgehalt, Waffe, Bruder, Munition, ein Handmesser, sechs Jahre glatt mit Therapie, also ich habe hier einen Paragraf 64 bekommen, so. So, ich habe auch gesagt, Bruder, ich sage ehrlich, ich kiffe mein Leben lang schon, gekokst, früh angefangen und so, viel gekokst, Bruder, viel gezogen, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß gehabt, so, und ich dachte mir, okay, ich nehme mal was für mich selber mit, Bruder, diese Therapie, muss das für mich selber auch machen, weil, ist auch gut, also, ist gut, verkehrt, ich sage jetzt, Hand aufs Herz, Bruder, jeder Mensch sollte eigentlich sowas machen, weil da lernst du viel über dich selber und warum überhaupt das und das passiert zu in dir, weißt du? Um lernst zu reflektieren, genau, und so immer alles weggekifft, weggezogen, alles an Emotionen, Bruder, gar nicht dazu lassen, sondern immer wegbetonieren, weil, sonst war ja nicht stramm, so ein auf den, weißt, so hat man gedacht vorher. Und da dachte ich mir, okay, ich nehme diese Therapie mit, das ist schon gut so und ich spare mir halt Strafe, so klar, Bruder, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, ich will keine Strafe sparen, weil ich hatte laut da, also ich wurde ja verurteilt, sechs Jahre, mit meinem alten Urteil bin ich zu neuneinhalb Jahren verurteilt worden, quasi, also, wie was, ich habe ja damals, wie ich so, insgesamt dreieinhalb bekommen und jetzt nochmal sechs, Bruder, das sind neuneinhalb, Bruder, das war zweistellig und ich bin jetzt 26 Jahre alt, muss nicht sein, so Strafe sparen, wo nur geht, Bruder, normal, gib mir diese 64, ich mach den, da bin ich erst mal eben verurteilt worden, bin dann nochmal, hätte ich ein halbes Jahr strafhaft gehen müssen, bin dann in die JVA Kaisern gekommen, Bruder, hab dann da ein bisschen Hubs gemacht, ekelhafter Knast, so Endstation in Bayern, generell, also ich weiß nicht, so bayerische Gefängnisse haben hier einen Ruf, Bayern hat ja generell nicht so einen guten Ruf, bundesweit, so die meisten Leute denken, wir tragen unten, da sind alle mit Lederhose, die datt und dirndl und sprechen alle komische Sprache, ist eigentlich nicht so, Bruder, sollte man schon mal sich informieren, Bruder, Bayern ist auch ekelhaft. Ja, weiß man auch, aber die Justins hatten eh Kraft. Und die Justins, Bruder, diese Knäste, Bruder, die sind dermaßen veraltet, zahlt jeden Monat, jeden Monat oder jedes Jahr, ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Weißes sagen, die zahlen jeden, bla bla bla, eine Million Euro dafür, dass die, die haben so alte Fenster, Bruder, bei denen sind die Fenster ganz oben, kannst du nicht hingucken. Ich war einmal im Winter in Stadelheim, Bruder, witzige Story, ich war da gelegen und die Fenster sind eben ganz oben, die sind so zwei Meter hoch, Bruder, du musst auf Bett klettern, damit du rausgucken kannst. Und das, was du rausgucken kannst, ist Tschöp, Bruder, das ist so groß, Allah, kannst du nur so aufmachen und da ist eine Plexiglasscheibe. Und ich war im Winter dort, es war arschkalt, die Heizung funktioniert nicht, an den Wänden, Pisse und Scheiße von vor 30 Jahren, Alter, das wurde nie sauber gemacht, Leute haben sich da verewigt in den 80ern und so, Hitzegefängnis, Bruder, komplett tuto bien, komplett gefickt, Bruder. Ich sitze da drin und Bruder, ich musste Parka anziehen in meiner eigenen Zelle, Heizung funktioniert nicht, mir war arschkalt. Ich will so pennen gehen, so einen auf den, ich decke mich zu, mit Parka an immer noch. Bruder, Wallah, der Schlag soll mich treffen, wenn das nicht stimmt, Bruder, ich liege in diesem Bett, auf einmal, Bruder, ich spüre eine Schneeflocke auf meinem Kopf, ich spüre, es schneit mich an, ich gucke so hoch und dann schaue ich, dieses verfickte Plexiglas ist kaputt, hat einfach ein Loch, Bruder, ich sitze in einem deutschen Gefängnis in Europa, Bruder, in einem europäischen, in einem deutschen Gefängnis, Bruder, dass es in meiner Zelle, Bruder, Minus 10 Grad hat und mich anschneit, bemerkt. Die zahlen Strafe, die zahlen einfach Strafe, die sagen, das ist viel zu teuer, das umzubauen, wir zahlen lieber diese Strafe. Okay, krass. Das meine ich schon seit Jahren. Das war auch dein Betrag, wo du meintest, diese Strafe, ja? Genau, einen, einen. Hier ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es hier so ist oder in NRW so ist, ist ja überunterschiedlich, aber in vielen Gefängnissen außerhalb von Bayern kannst du so dein Fenster aufmachen, kannst du deine Hände raushängen, da ist dieses Gitter, wo du so, diese großen Gitter, da gibt es maximal dieses höchste an Gefühlen, dieses Maximum an Gefühlen ist, die haben schon diese Streben, aber dann ist meistens sowas wie hier, Bruder, davor. So hier, Karos, Bruder. Meistens noch viel, viel kleiner, manchmal so klein, Bruder. Dass nichts durchgeht. Ja, ja, dass gar nichts durchgeht, dass du nichts pendeln kannst und du verlierst über die Jahre, wenn du sitzt, du verlierst so Weitblick, du verlierst so richtig diese Sicht auf die Weite, weil die JVA so aufgebaut sind oder dass du nicht weit gucken kannst, Bruder, das geht auch auf die Augen, das muss man, das realisiert man gar nicht, Bruder. Ich habe mir darüber im Nachhinein Gedanken gemacht. Das ist das psychische Folter, Bruder, das psychische Folter. Und das ist dann im europäischen Gefängnis, was ich meine. Ja, krass, Bruder, also anschneiden ist schon, also man muss ja sagen, natürlich, du bist ja da auch auf einem Grund in dem deutschen Gefängnis. Nur mal, Strafe, schön und gut. Aber natürlich, Bruder, es muss eine gewisse Norm haben. Genau, wir sind nicht in Moskau, es darf sich nicht anschneiden. Ich stehe es. Aaron Parker, in einem sibirischen Gefängnis schneit es mich auch nicht in der Zelle an. Ja, wahrscheinlich nicht. kalt, Marek, aber mich schneit es nicht an. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Ja, das war eben so diese Zeit, das heißt, du warst insgesamt ein halbes Jahr in Urhaft, ein halbes Jahr in Strafe. Genau. Das heißt, wir sind jetzt Ende 23, Anfang 24. Du kommst jetzt, du machst jetzt auf Therapie, machst diese 64er-Therapie. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast dich so ein bisschen, was heißt darauf gefreut, aber du warst bereit dafür. Ja. Du hast es angenommen, dachtest, okay, vielleicht tut es mir auch gut. Ja, das ist echt. Ich höre mal auf zu kiffen, ich höre mal aufzuziehen, mache mir mal ein bisschen Gedanken über mich selber und so. Und bist dann, Anfang Januar 24, also Anfang dieses Jahres, in diese Therapie gegangen. Genau. Jetzt wissen wir ja, okay, du hast sechs Jahre Strafe gekriegt, so, das heißt, eigentlich müsstest du jetzt noch sitzen. Ich habe es auch im Anfänger schon gesagt, du bist auf Flucht gerade. Was hat dich dazu bewegt, dann, weil es klingt ja erstmal sehr schön, so dann die Therapie und so, was hat dich dazu bewegt, dann auf Flucht zu gehen? Bruder, schau mal, das ist eine spezielle Situation, sehr spezielle Situation gewesen. Mir hat es richtig gefallen dort, Bruder, ich habe meine Therapie gut gemacht, ich habe mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt und habe echt gemerkt, so, an was ich feilen muss, so für die Zukunft und habe mir viel Gedanken gemacht über die Zukunft und habe halt den Entschluss gefasst, die habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, so, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße, ich will nicht ticken, micken müssen oder so, um mein Brot zu finanzieren, ich will Mucke machen, Bruder, das ist das, was ich kann und ich habe sonst nichts anderes, ich muss alles auf diese eine Karte setzen, Bruder, weil das ist mein Leben, so, ich habe mein Leben lang nur kriminell mein Geld verdient und Mucke gemacht, so, aber was anderes habe ich nicht gemacht, Bruder, meine ganzen sozialen Kontakte hat entweder mit dem einen oder dem anderen zu tun, aber irgendwas Unabhängiges davon habe ich nicht, Bruder, und ich war auf Therapie eben und habe dann halt so gelernt für mich selber, okay, es reicht so, ich habe alles verloren, was man so verlieren hätte können, außer vielleicht ein paar Familienangehörige, sind auch viele gestorben, so eine ganze Zeit in Haft, so, also ich habe, theoretisch habe ich alles verloren, was man so verlieren konnte, ich habe so die Musik so im Background gehabt, das lief alles super, Bruder, während ich in Habs war, Tam, Maschallah, die ganze Fans, Bruder, ich küsse alle in das Herz, 290.000 monatliche Hörer auf Spotify gehabt, Bruder, während Habs, Bruder, und das ist, obwohl meine ganze Gesamtkarriere war ich sieben Monate frei, weißt du, krass, ja, aber man muss auch sagen, wahrscheinlich, wenn du diesen ganzen Film nicht gemacht hättest, dann wäre es, wäre das vermutlich nicht so gewesen, nein, ich meine, da wärst du wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon größer, dann hättest du daran anknüpfen können, safe, safe, an diese 200.000 monatliche Hörer, und das ist nicht, weil du nicht in Habs gewesen bist. Und das habe ich mir eben gedacht, so die erste, die erste Haft war gut, das war in Ordnung, das musste sein, einmal so kurz ein Dämpfer, zweites Mal, niemals, Bruder, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, ich würde alles gerne rückgängig machen können, weil, Bruder, das zweite Mal hat sich gar nicht gelohnt, ich habe so ein krass, ich habe einen guten Deal in Aussicht gehabt, Bro, ich habe nur auf mein Geld gewartet davon, so, ich habe schon ein Ding, habe schon gesagt, so, ich steige aus, so, und dann fertig, und Bruder, es war einfach Zeitverschwendung, dann, ich bin eben auf Therapie, und habe mich halt mit sowas auseinandergesetzt, hat sich das alles gelohnt, so, und dann kam so ein Punkt, Bruder, ein Typ kam zu mir, und der sagt, hey, du rappst doch, und so, ich sage so, ja, er sagt so, wie heißt du, ich sage, Sisi, also was, ich sage so, ja, er sagt so, Alter, ich habe einen Sohn, der ist zwölf Jahre alt, der hört die ganze Zeit dieses Mama, Mama, kriminell und so, ist es deins und so, ich sage, ja, er sagt, boah, krass, Bruder, und dann ist es noch ein weiteres Mal, passiert auch auf Therapie zufälligerweise, voll, einfach random so, und er sagt mir das gleiche auch, hat ein Sohn, 13 Jahre alt, hört auch dieses Lied, und sagen wir drüber, ich drüber nachgedacht habe, ich dachte, Alter, Bruder, wie 13-Jährige hören meine Musik, Digga, ich habe einen Bruder im gleichen Alter, das ist nicht gut so, ich bin, ich habe mich dann eben damit auch auseinandergesetzt, Bruder, ich habe über Instagram eben Drogen verkauft, und da meine Zielgruppe ist halt auch teilweise männerjährig und so, da habe ich mich mit sowas auseinandergesetzt, und halt viel beschäftigt, so, und auch, ich mache zwar immer noch so Musik, die darauf hindeutet und so, aber ich schwöre, ich habe es mit dem Kopf eigentlich damit abgeschlossen, mit dieser ganzen Kriminalität, und das will ich auch irgendwo vermitteln, natürlich, diese ganzen alten Sachen, das ist mein ganzes Leben, und davon kann ich auch erzählen, weil ich den ganzen Scheiß erlebt habe, so, alles, was ich sage, oder alles, was in meinen Songs gesagt wird, und so, das ist auch wirklich so passiert, Bro, also, jeder, der mich kennt und das alles ein bisschen mitverfolgt hat, weiß das so, das ist immer so autobiografisch, mehr oder weniger, und, jetzt will ich halt das nutzen eben, und das habe ich auf Therapie eben gelernt, so, ein bisschen was den Leuten mitzugeben, so, dass sie nicht denken, boah, der krasse Gangster oder so, sich inszenieren, weil die ja die krassen Motherfuckers sind, oder ich will dir näher zeigen, Bruder, geh nicht diesen Weg, weil das macht nur Kopfschmerzen, wallah, auch diese, wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand von der Straße weg will, oder so, dann soll er das machen, und wiegen und brechen, weil das ist kein Weg für immer, Bruder, ich kenne keinen Typen, Bruder, der durch Tijara Millionär geworden ist, und entweder frei ist, oder noch lebt, Bruder, die meisten sind tot, Bruder, wie viele Leute wurden in den letzten Jahren erschossen, aus dem, aus unserem Umfeld, Bruder, wie viele Leute sind gestorben, die letzten Jahre, Bruder, für was, und gerade, wenn man sich dann anfängt, mit sowas auseinanderzusetzen, checkt man erst mal, dass man, ja, gefickt ist, so, diese Exit, diesen Exit zu schaffen, ist schwer, so, weißt du, wie ich meine, und so, ich habe den Mental dort gemacht, Bruder, und jetzt, um auf das Ding zurückzukommen eben, warum ich weg bin, und warum ich nicht mehr dort bin, Anfang des Jahres, also Anfang 2024, wurden in Deutschland die Gesetze ein bisschen verändert, wegen den ganzen Asylproblemen, und so, und den ganzen Stecher rein, haben die angefangen, Leute, die mehr als zwei Jahre Freistrafe bekommen, abzuschieben, die bekommen die sofortige Abschiebung, also nicht die sofortige Abschiebung, sodass die gehen können, sondern, die bekommen dieses Verfahren gepresst, so automatisch, und ich hatte schon zwei Abschiebeverfahren, also in meiner verletzten Haft, und in der Haft hatte ich schon ein, in der Haft hatte ich schon ein Abschiebeverfahren, aber habe es erfolgreich abgeschlossen, so mein Anwalt hat das getrieben, in der Haft hatte ich schon ein Abschiebeverfahren, ja, ja, das war aber schon abgeschlossen, die haben gesagt, mach deine Therapie, geh deinen Weg, verpiss dich, passt, bleib hier, nee, nicht verpiss dich, sondern du kannst hierbleiben, aber so, wir lassen dich in Ruhe so einen auf den, oder dann haben die dieses Gesetz geändert, ich schon voll weit, Bruder, ich habe meine Stufe, ich bin draußen auf Gelände, freue mir einen Ast ab, Digger, riech geil, dies, das, voll schön, endlich wieder Freiheit, gar kein Bock mehr, ich sehe ein bisschen Natur, Blumen wachsen, dies, das, hast du voll schön, Bruder, Alter, dann kommt eines Tages, so, kommt ein Brief, und auf Therapie ist es wie, ein bisschen wie ein Knast, Bruder, die wollen halt sehen, ob da irgendwie Drogen verschickt werden, in den Briefen, heißt, die gucken da einmal kurz rein, lesen manchmal, und wenn so Gerichtssachen sind, dann wollen die das gern sehen, also, ich gehe vor so zum Büro, ich hole Post auf einmal, ich kriege einen Brief, und ich drücke mir den direkt in die Hand, hat so ein bisschen Fehler gemacht, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier irgendwie, vielleicht jemand schade oder so, aber ja, mir den Brief einfach in die Hand gedrückt, und ich denke, okay, ich nehme den Brief mal mit, Digga, ich öffne den jetzt nicht dort, ich laufe, und die hat nichts gesagt, ich nehme den Brief mit in mein Zimmer, Bruder, und da war das dritte Mal, diesen Nuttenbrief gelesen, Bruder, das ist das dritte Mal gewesen, dass ich diesen Brief gelesen habe, sie haben 14 Tage Zeit, das Land zu verlassen, hiermit möchten wir sie aus Deutschland ausweisen, ich bin portugiesischer und kroatischer Staatsbürger, heißt, ich habe keinen deutschen Pass, und die wollten mich wieder loshaben, und jetzt wusste ich, okay, Abschiebegesetz hat sich geändert, ich bin gefickt, weil die Leute, die das auch hatten, die haben die gepackt, haben die, haben deren Lockerungen weggenommen, haben die paar Monate dort bleiben lassen, zurück in den Knast geschickt, bis zwei Drittel sitzen, bam, Abschiebung, gefickt, und Bruder, ich habe bis zwei Drittel noch vier Jahre offen, ich bin schon in meinen Lockerungen gewesen, ich war draußen auf Gelände, wenn die mir das wegnehmen, gehe ich wieder vier Jahre im Knast, Bruder, um dann abgeschoben zu werden, so, weißt du, wie ich meine, mein Kopf gefickt, Bro, ich lese diesen Brief, ich denke mir, Alter, Madik, Digger, ich gehe in die Telefonzelle, ich rufe, also auf Gang in Therapie, war in die Telefonzelle, ich rufe meine Arbeit an, ich sage, Alter, was geht, was kann man machen, und so, er sagt, ja, das ist eine schwierige Situation, wurde geändert, Anfang des Jahres, weiß man nicht, kann man bestimmt dribbeln, auf jeden Fall, aber kann nichts versprechen, Bruder, für so einen, ich kann nichts versprechen, sorry, Digger, nein, ich bin raus, ich sage, hey, ich gehe in den Ausgang und so, ich rufe meine Karte, meinen Ausweis, diesen Therapieausweis, ich gehe raus, dann habe ich über eine Möglichkeit, die ich hatte, ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, konnte ich jemanden anrufen, habe dann meinen Kollegen angerufen, unseren gemeinsamen Bekannten, dessen Namen ich jetzt hier auch nicht nennen kann, ich habe ihm gesagt, Bruder, ich bin gefickt, du musst mich abholen, Digger, ich muss weg, ich muss weg, Digger, ich bin am Arsch, er sagt, wie, was, bist du sicher, ich sage, Bruder, wenn du mich nicht holst, spätestens, morgen, übermorgen, kommt dieser Brief von Staatsanwaltschaft an die, dann lesen die das, dann ist meine Stufe E gefickt, hol mich jetzt ab, Digger, ich muss weg, ich gehe nicht, ich gehe nicht vier Jahre jetzt nochmal in Knast, bis zwei Drittel sitzen, und dann Abschiebung an, niemals, ich habe so viel, diese Musiksache draußen, es lief ja während des, ich habe ja Albumrelease gehabt und so, alles in der ganzen Zeit, weißt du, und ich wollte es nicht aufs Spiel setzen, so, ich habe viel zu viel gearbeitet, und mein Team draußen hat viel zu viel Gas gegeben, dass man jetzt für, so eine behinderte Scheiße, Bruder, für die ich nichts kann, Bruder, nur weil irgendwelche Leute, irgendwelche anderen Leute, wahllos abstechten und so, Wallah, ich kann dafür nichts, ich habe Drogen verkauft, schiebt mich nicht ab, ich bin hier aufgewachsen, geboren, und ist das, er so, ja okay, Tamar, ich hole dich ab, Bruder, und jetzt gib dir eine Odyssee an Zufällen, das Graue. Aber ganz kurz, das heißt erstmal, du hast Ausgang gehabt, oder? Genau, ich hatte Ausgang. Das heißt, die suchen nicht direkt nach dir jetzt, du bist nicht, das fällt jetzt nicht direkt auf, wenn du nicht da bist. Zwei Stunden lang habe ich, zwei Stunden war so Puffer, okay. Genau. Erzähl. Ich rufe meinen Kollegen an eben, ich sage ihm, Bruder, hol mich ab, er sagt, okay, ich komme, ich brauche aber eine Stunde. Und da ist Zwischenmelden, Bruder. Ich war in dieser, ich habe B2 gehabt, das ist eine Stufe, Bruder, da heißt es, du gehst eine Stunde raus, meldest dich kurz zwischen und gehst wieder raus. Immer im geschlossenen Bereich, also du musst wieder in geschlossenen Bereich, die ist das. Heißt, es war sehr knapp, Bruder. Er hat knapp eine Stunde gebraucht und ich war gerade im Hausgang, also es war sehr, sehr Zeit, sehr nah beieinander, die Zeit. Dann er kommt, ich steige ins Auto, ich sage, wir müssen jetzt Gas geben, weil die nächsten zehn Minuten kann sein, dass die jetzt Bullen rufen. Er so, alter, er gibt Kickdown, Bruder, nein, Sprinter, wir fahren, ich unterwegs, ich schaue ihn an, er schaut mich an, wir schauen das beide an und sagen, alter, fuck man, aber egal, wir schaffen das so. Er so, okay, wir fahren, ich rufe meinen Cousin an, ich rufe den an, ich sage allen Bescheid, ich bin auf Haffel, ich bin auf Haffel, ich muss jetzt weg, ich muss weg, ich muss weg und mein Kopf war die ganze Zeit, okay, ich gehe nach Spanien so, weil ich habe Bock auf Sonne, Bruder, es ist Sommer, ich habe ein paar Leute drüben, man kann da auf jeden Fall gut leben, Gott sei Dank, gehe ich nach Spanien. Wann war das denn genau? Das war jetzt, Bruder, vor drei Monaten, warte mal, im August, Anfang, Ende Juli war es genau, 28. Juli, irgendwie sowas. Ich sitze im Auto, ich rufe jemanden an, Bruder, ich sage so, ey, Ding, ich bin jetzt auf Flucht. Der hat einen nahen Verwandten, Bruder, der genau an dem Tag, wo ich abgehauen bin, in Urlaub gefahren ist. Mhm. Heißt, es war eine freie Wohnung da, wo ich erstmal safe war. Wow, okay. Er gibt mir den Schlüssel, er sagt, hier, geh da rein und so, kannst du eine Woche bleiben, gar keinen Stress. Ich sage, okay, tamam, in der Woche kriege ich alles organisiert. Ich bin dort angekommen, gleich alles abgecheckt und mir gleich überlegt, wie ich am schlauesten hinfahre. Mir war klar, ich gehe Spanien und habe darüber nachgedacht, ich habe Bock auf Barcelona, ich gehe nach Barca. Ganz kurz, das hört sich so entspannt an, ja, ich habe Bock auf Barca, das ist das, aber was ist zum Beispiel mit Familie? Bruder, ich habe, ich habe Familie, Bruder, aber ich habe jetzt nicht so den, so, schon einen Kontakt, Bruder, aber jetzt keinen engsten Kontakt, so dass ich jetzt sagen würde, okay, nur deswegen würde ich da bleiben, Bruder. Ich bin schon seit Jahren mehr oder weniger auf mich allein gestellt, mehr oder weniger so und Bruder, das ist nichts, was mich jetzt unbedingt halten würde irgendwo. Ich weiß, dass ich Kontakt auch online halten kann, mit FaceTime, dies, das, das ist jetzt nichts, wo mich irgendwie da beeinflussen würde. Es gibt Leute, die können das niemals, aber ich war ja so schon, Bruder, auch wo ich draußen war und nicht auf 8B4 war, hat man sich selten gesehen, Bruder, so, weiß ich mal. und deswegen war das jetzt kein Hindernis und weil du sagst so entspannt und so, ich sage dir ehrlich, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, so, ich habe auch, ich habe schon Paranoia gehabt, aber ich habe im Hinterkopf gehabt, ich habe aus meinen alten Fehlern gelernt, ich war ja schon mal auf Loot und mache ja schon seit Jahren Sachen und so und ich habe viele Leute kennengelernt, die Sachen gemacht haben und habe viele Akten gelesen und Bruder, man lernt und lernt und lernt und lernt und lernt aus den Fehlern anderer. Und das habe ich halt im Hinterkopf gehabt, Bruder, und das hat mich irgendwie auch irgendwie beruhigt, weißt du, das war nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit übel den Paranoiakopf hatte und mir gedacht habe, okay, jetzt laufen die da jederzeit ein, sondern ich wusste, okay, wenn ich die Schritte so und so gebe, Bruder, dann habe ich zumindest ein bisschen Safe Space, zu 100% nie, aber 90, Bruder. So, dann habe ich geplant, wie ich halt rüberkomme nach Barcelona und habe dann meinen Kollegen, der mich eben auch abgeholt hat, angerufen und habe gesagt, Bruder, du wirst mir gefallen, und er sagt, er sagt, Ich so, du wirst mich nach Barcelona fahren. Er weiß, was er sagt, Bruder, ich küsse sein Herz. Er sagt, ja, ich habe frei, ich fahr dich. Ich sage, Alter, stramm. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir rüberfahren? Ich drüber nachgedacht, hm, war gerade Olympiade, gerade diese Olympia und so, und ich habe im Internet gelesen, Frankreich Grenzen, übel heiß, die werden kontrolliert beim Reihen- und Rausfahren und so. Jetzt ist ja generell, Grenzen werden ja jetzt mehr kontrolliert als vorher, und da hat das angefangen. Ich überlege, was kann man machen, dies, das, und mir fällt ein, Alter, Chayas, wir müssen dann mit Chayas rüberfahren, so einen auf Urlaubstrip, so. Dann ich hier, Ding kontaktieren, kontaktieren und so, rufe ich jemanden an, ich sage so, ey, wir müssen mir jetzt helfen, ich muss nach Spanien, hast du zufällig Zeit und Lust, so eine Freundin am Start, die Bock hätten? Wann? Ich so, ja, da und da, ja krass, wir haben frei, wir sind dabei. Ich so, Allah, Jackpot, Digga, steig ein, Digga, Baba. Dann hat alles mobilisiert, so Geld noch eingesammelt, das und zwei Mädels abgeholt, Bruder, und dann rüber nach Spanien gefahren, Bruder, mit dem Auto, so 13 Stunden Fahrt gehabt, nicht rausgezogen worden, tatsächlich gar nicht kontrolliert, wir sahen fett nach Urlaub aus, Bruder, wir haben so Hawaii-Hemden und so angehabt, so einen auf den, weißt du, so voll, Kamera, Bruder, eine von den Mädels hat Kamera, so auf den Hals gebunden, so kennst du diese Touri-Filme, Digga, so, ja, dann sind wir rüber gebrettert, und dann war ich erstmal in Barcelona, eine Zeit, und, so, da ist mir dann erst mal, da ist mir voll der Stein vom Herzen gefallen, so, ich hab, wie gesagt, ich hab jetzt nicht so das Gefühl gehabt, als ob mich jetzt irgendwas krass psychisch belastet, so mit, ähm, mit der Flucht und so, ich hab ja gelernt, so auf Therapie, was Verdrängung und so bedeutet, aber ich hab das nicht verdrängt, sondern ich hatte halt einfach keinen Schiss, ich weiß ja, was mich erwartet, ich hab auch jetzt keine Angst vor Gefängnis, ich war ja schon drin, ich weiß ganz genau, wie es da drin abläuft, ich weiß, ich find mich irgendwie wieder ein und so, aber, ich hab halt einfach keinen Bock drauf, so, und mit dem Kopf geh ich da eher hin, ich hab einfach nur keinen Bock drauf, ich hab keine Angst, aber ich hab keinen Bock, deswegen versuch ich so gut wie möglich, den ganzen Scheiß zu machen. Ja, wir kommen in Barcelona an, voll hired, essen gegangen, schön feiern gegangen, mehr gegangen, voll Leben gelebt, Bruder, ich denk mir, Alter, ich bin seit 2020, hab ich keinen einzigen Sommer mehr so richtig mitgenommen, weißt du, wie ich mein, seit 2019, war 2019 bis 20 war ich auf Flucht zum Beispiel, ich hab nichts so wirklich erlebt die letzten Jahre, und bin jetzt das erste Mal seit langem am Meer, Bruder, ich hab's geschafft, Gott sei Dank geht's mir gut, Bruder. Dann die sind abgereist, ist mein, mein Cousy ist noch vorbeigekommen aus Deutschland, Bruder, hat mich auch besucht in Barca, wir haben eine gute Zeit gehabt, war sehr witzig, Grüße an dieser Stelle, Marco, war auf jeden Fall sehr witzige Zeit, Bruder, man hat's da auf jeden Fall ordentlich krachen lassen, und da hab ich mir überlegt, ah nee, ich hab hier gar nichts überlegt, genau, ich hab einen Anruf bekommen, so war's, Bruder, ich hab einen Anruf bekommen, von einem alten Bekannten, der mir gesagt hat, hey, ich hab was für dich hier, Palma, Bruder, ich bin grad in Palma, du bist ja grad auf Flucht und so, hast du Bock vorbeizukommen, ich sag so, wie Palma, er sagt, ja hier Mallorca, ich sag, alter krass, ich bin in Barcelona, er sag, ja krass, der steigt Fähre rein, kommst du mir, ich sag mir, okay, dann hab ich Fähre gebucht, die ist das, mein Cousy hat mir das gebucht, ich bin rübergefahren, komm da an, Bruder, und er sagt mir, ich hab da so ne fette Villa, die ist das, ich sag, echt, oder? Er sagt so, ja, da leben so besondere Menschen, ich kann jetzt hier leider nicht so krass drauf eingehen, ich will niemanden irgendwie schaden oder so, aber da leben bekannte Leute, Bruder, bekannte Influencer, du hast es mir gesagt, ich hab dir erzählt, so einen auf den, und die haben mich herzlich, also ich wurde da voll herzlich aufgenommen, die wussten auch alle über meine Situation und so, krass, aber es war krass, war so voll auf Augen, die haben, alter Bruder, wir reden hier von voll vielen Abonnenten, die stars, ganz Deutschland, weiß ich über meinen Bruder, und dann, der sagt so, okay, der sagt zu mir, du bist stabil und so, und der sagt, deine Mucke ist krass, und so, ich feier die ganze Situation, komm hier, war schon krass, Bruder, hab da gut gelebt, und eines Tages, Bruder, erreicht mich so eine Nachricht, von einem, von dem Bruder, von meinem Management, Bruder, was geht, ich bin in Palma, lass mal treffen und so, ich denke mir, alter, stabil, das, machen wir, ich fahr rüber, Bruder, bin ich rüber gefahren, wir treffen uns, es war voll krasser Zufall, gehen was essen, dies, das, und dann haben wir so geredet, und sind irgendwie auch auf die Idee gekommen, okay, komm, lass mal jetzt hier richtig rasieren, so, da kam gerade mein Album raus, Album lief super, so auf die Ebene, wie es halt vorher so lief, du redest als ob du so Jahre hältst, aber wir reden hier gerade von, wir reden hier gerade von vor drei Wochen, also von zwei Monaten, zwei Monaten, genau, ja, das war vor zwei Monaten, das war vor zwei Monaten, genau, genau, erzähl weiter, Palma, Album kam raus, Palma, Album kam raus, alles lief Bombe, und dann, habe ich mir überlegt, okay, mit meinem Manager zusammen, den habe ich dann auch zufällig nochmal in Palma getroffen, der war da, nee, ich wusste, dass er kommt, aber ich habe ihn dann, in einer witzigen Situation zufällig getroffen, und dann haben wir gequatscht, dies, das, und dann haben wir halt rausgemacht, okay, jetzt, wir müssen jetzt Gas geben, jetzt muss es losgehen, so, und, das ist auch so das, was mich mehr oder weniger hier erfüllt, so, bis zu dem Punkt, genau, das heißt, wir sind jetzt, damit kommen wir langsam in die Gegenwart, genau, das heißt, ähm, du bist aktuell noch auf Flucht, dein Album kam vor, also einen Monat, vor eineinhalb Monaten, eineinhalb Monaten, wie, wie ist dein Alltag gerade, wie lebst du gerade? Bruder, mein Alltag besteht eigentlich gerade nur aus Produktivsein, so, also ich stehe in der Früh auf, ich schaue, was kann ich machen, Bruder, oder wir schauen gemeinsam, Bruder, das ganze Team mit Hater, so, wir schauen alle zusammen, die ganze Zeit, wie kann man jetzt weitermachen, so, und das geht halt jetzt momentan, ist jeder Tag einfach nur, Musik produzieren, Videos machen, Instagram kümmern, Leute treffen, mich mit Leuten connecten, und so weiter, und so fort, das ist so gerade mein Alltag, Bruder, daraus bilden, mein Tag besteht nur daraus, ich bin im Studio, ich fahre dahin, ich fahre dahin, wir gehen da jemanden treffen, machen da irgendwas, das gleiche, was ich ja früher mit Tijala gemacht habe, Bruder, bloß jetzt auf legale Businesses. Darauf wollte ich gerade hinaus, jetzt dreht sich also dein Alter komplett um Musik. Komplett Musik, Bruder. Du hast mir ja auch schon ein Songs gezeigt, du hast gesagt, du hast einiges vor, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Bruder, das hier auch. Ja, genau, das wäre nämlich meine letzte, abschließende Frage, so, was ist dein Plan, weißt, kannst du auch ein bisschen raushauen. Bruder, mein Plan ist jetzt, auf jeden Fall zusammen mit meinem Team, so mit Mittäters, mit meinem Management zusammen, wir wollen jetzt jeden Freitag releasen, also die Leute, wenn die das jetzt sehen, ist gerade vor zwei Tagen Interpol.com rausgekommen und das war der Startschuss quasi für die nächsten Projekte. Es wird jetzt jeden Donnerstag um 23.59 Uhr mit einer Single von uns rauskommen, wir werden jeden Freitag jetzt releasen oder halt jeden Donnerstag auf Freitag nach und versuchen so viel wie möglich Output zu geben, und so. Hier das Gespräch mit dir, Bruder, wir sind bald noch in anderen Formaten auch dabei. Es geht jetzt einfach nur noch machen und vorankommen, vorankommen, vorankommen. Das ist jetzt mein Ziel, Bruder. Ich habe so im Hinterkopf, okay, ich habe fünfeinhalb Jahre offen, muss man ja auch mal das Kind beim Namen nennen, ich habe fünfeinhalb Jahre offen und riskiere ich ja eigentlich theoretisch jeden Tag meinen Arsch wieder in den Knast einzuwandern. Richtig. Aber ich riskiere es nicht mehr für die falschen Sachen wie früher, Bruder, ich riskiere es jetzt einfach dafür, so meinen Traum und den Traum von meinen Jungs so zu verwirklichen, weil wir wollen alle weg von der Straße, Bruder, keiner hat mehr Bock auf diese ganze Scheiße. Es hat so viele Leute aufgefressen, Bruder. So viel Leid, Bruder, so viel Schmerz, so viel Wein in der Mitte, so viele Freunde verloren, so viele Leute im Knast. Keiner hat mehr Bock auf den ganzen Scheiß. Alle Jungs, mit denen wir sind, Bruder, wollen weg von der Straße, alle waren auf der Straße und unser Ziel ist einfach jetzt Level up, Bruder. Wir wollen einfach weg davon. Und das halt mit Musik, Bruder. Aber unter erschwerten Umständen auf jeden Fall. Unter erschwerten Umständen, natürlich, aber wenn nichts war, denn ich gewinne. Richtig, ja. Und das heißt aber auch, du hast nichts vor, dich zu stellen oder sowas. Ich habe nichts vor, mich zu stellen an die deutschen Justizbehörden. Lasst mich einfach in Ruhe, Bruder. Ihr wollt mich hier abschieben. Macht gar keinen Sinn, Bruder. Und wenn ihr mich jetzt holt, Allah, wenn ihr mich holt, dann bedeutet das, ihr habt Aufwand, Bruder. Ihr schickt mir überrascht. Die holen mich aus dem Ausland. Ihr müsst das bezahlen. Ich muss wieder zurück nach Deutschland kommen. Dann sitze ich da erst mal in Haft, kostet den deutschen Steuerzahler Geld, Bruder, um mich dann wieder vier Jahre später abzuschieben. Macht keinen Sinn. Lass mich einfach in Ruhe. Lass ihn einfach Musik machen. Ich bin nicht in Deutschland. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich meine Musik machen. Lass mich mein Brötchen verdienen. Vielleicht, ich zahle sogar irgendwann mal Geld zurück, Wallah. Wenn richtig Geld reinkommt, ich zahle sogar an deutschen Steuerzahler zurück. Das ist doch mal eine Ansage. In dem Sinne, Olaf Scholz. Olaf Scholz, Bruder. Nein, was mir noch wichtig ist, Bruder, ich will noch eins sagen, Bruder. Voll wichtig. Hau auf. Hat gar nichts jetzt hier mit dem Ding so zu tun. Aber mir ist wichtig, Bruder. Mal so den ganzen Kindern und so, die auch da hier vielleicht zugucken, auch mal mit auf den Weg zu gehen, Bruder. Lass die ganze Scheiße sein. Wenn ihr hier Leute seht, also hier sind ja mehrere Leute, ich bin nicht der Erste hier. Hier waren schon viel krassere Leute und viel mehr Leute, die krimineller waren und was weiß ich nicht alles. Aber wenn ihr hier zuschaut, dann denkt euch nicht, boah, die Leute sind stramm, die Leute sind krass und ich will auch so sein so. Seht das mehr als abschreckendes Beispiel. Weil ich glaube, niemand, der hier saß, wird dir am Ende sagen, Alter, geil, alles, was ich gemacht habe, stramm. Wird dir niemand sagen, Bruder. Am Ende des Tages, jeder bereut das und das verschwendete Lebenszeit. Jeder Tag im Knast ist verschwendete Lebenszeit. Jeder Tag auf Straße ist verschwendete Lebenszeit. Genieße einfach wirklich dein Leben, Bruder. Wenn du keinen Euro in der Tasche hast, kannst du trotzdem ein glückliches Leben führen. Ohne Geld, okay, aber Liebe und Wärme und Menschen, Bruder, die dir Energie geben, darauf kommst du an und nicht auf Para, auf Prada, auf Xerjow Parfüm, Bruder, auf Steaks. Darauf kommst du dich an und am Ende des Tages zählt Herz, Bruder, Kopf und Verstand und Gesundheit und Familie. Max, die Worte, das waren eigentlich meine Worte, deswegen danke. Nein, perfekt, Bruder, da muss ich gar nichts mehr dazu sagen. In dem Sinne, würde ich sagen, checkt sie sich ab auf jeden Fall. Instagram, YouTube, ist alles verlinkt. So, ähm, der Bruder ist auf Flucht, das heißt, echter kann die Musik fast nicht sein. Gibt euch, wenn ihr auf echte Musik steht, unterstützt den Bruder. Und danke für die Zeit, wie gesagt, trotzdem Umständen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Bruder, danke für die Einladung. Wallah. Checkt auf jeden Fall, interpol.com ist vor zwei Tagen erschienen, checkt das Video, checkt Spotify. Richtig. In dem Sinne, passt auf euch auf, immer sexy bleiben, wie ihr wisst. Peace. Bis zum nächsten Mal.